Leute, ich darf es jetzt endlich mal sagen. Valar Morghulis. Ich habe die erste Folge von Game of Thrones geguckt. In der der Satz Valar Morghulis gar nicht geäußert wird. Exakt, aber ich darf es trotzdem jetzt sagen. Ich bin offiziell ein vollwertiges Mitglied von diesem Kanal. Eine Folge reicht auch. Da passiert nicht mehr viel. Eigentlich ist da schon die meiste Handlung drin erzählt. Exakt, ich habe auch jetzt aufgehört schon. Ich bin fertig. Ich durfte ja dabei sein. Und das war ganz cool, dich dann auch mal das durchlaufen zu sehen, wo wir alle durch mussten. Die erste Folge endet ja auch mit einem Cliffhanger. Und da saß Lenny dann wirklich mit offenem Mund da. Das war auch wirklich ein Bild für die Götter, wie man sagt. Ich bin sehr angetan, dass du es durchgezogen hast. Wir haben ja lange darüber gesprochen, dass du als Teil von Cinema Strikes Back eigentlich ... Du hast es immer gesagt, ich muss eigentlich auch mal Game of Thrones gucken. Und jetzt fängt es wirklich an. Jetzt geht deine Reise los. Das stimmt. Ich habe aber auch überlegt, wie witzig wäre es eigentlich, wenn ich wirklich Game of Thrones schon auch immer geguckt hätte und einfach behaupten würde. Du hast einfach nur gelogen. Ich habe es nie geguckt. Du kennst dich besser aus als Jonas und ich in Game of Thrones. Das wäre wirklich witzig gewesen. Oder, ja. Ist dann irgendwann Joker bei so einem FEAD. Richtig. Und weiß dann alles über jedes Haus. Aber das war auch ganz cool, weil da gab es ja diese eine Szene mit den Schattenwelpen. und dann habe ich dann auch zu Lenny gesagt, das sind wir. Ah ja, oh wie schön. Die waren aber auch wirklich süß. Oh wie schön. Die sind so richtig, richtig klein und süß. Ja. Und es gibt auch sehr viel. Ich habe nicht, also ich habe, mir war durchaus durch die ganzen Memes und so bekannt, dass es sehr viel Inzest in Game of Thrones gibt, aber nicht direkt in der ersten Folge so. Sehr prominent. Ja. Das hat überrascht, oder was? Ja. Das kann ich verstehen, ja. Also ich war nicht positiv überrascht, aber ich war überrascht, ja. Ja. Erregt überrascht. Nee, das auf gar keinen Fall. Also erregt auf, also da hat sich nichts geregt bei mir. Ja, tatsächlich. Kein Fan von Nicola Kastawaldau und Lina Hidi. Ja, also. Also einzeln? Einzeln schon, aber in dieser Kombination, ich weiß es nicht. Auch die Jason Momoa Szene weiß ich auch nicht. Das war auch so ein bisschen. Schwierig auf jeden Fall. Ganz, ganz schwierig, aber für die Welt. Fun Fact, in den Büchern ist es eine eher schöne Szene. Also da ist, das ist, in der Serie wird das anders dargestellt, als in den Büchern. In den Büchern hat, genießt Daenerys den ersten Sex mit, ähm, mit Karl Drogo wirklich sehr. Findest du? Echt? Ich habe das irgendwie immer so ein bisschen anders rezipiert, aber ich meine. Ziemlich sicher. Es ist sehr, sehr viel positiver als in der Serie. Ja, das schon ein bisschen, aber ja gut. Nicht nur ein bisschen, sondern wirklich deutlich. Also sie sagt ja auch, dass sie dann, sie sagt auch irgendwann, dass sie es nicht gedacht hat, dass sie es so sehr genießen würde. Aber anfänglich ist sie ja auch natürlich so, hat sie Angst vor ihm. Sie wird ja im Endeffekt von Illyrio Mopatis und ihrem Bruder verkauft in Stück für ihn. Genau, und ich meine, sie ist ja auch erst sehr jung, also in den Büchern noch viel jünger als in der Serie, deswegen würde ich das auch immer dazu sagen. Achso, das könntest du übrigens auch wissen. Daenerys ist, wenn es anfängt, ich glaube 13 oder 14, eins von beiden. Das war auch ein sehr seltsamer Bruderschwester-Moment da, also ja, als er sie dann angecheckt hat. Oh ja, dann lernst du jetzt auch das Haus Targaryen kennen. Also ich muss auch wirklich sagen, ich habe von vielen gehört, dass man so ein paar Folgen braucht, aber ich bin nach der ersten Folge schon ziemlich gehuckt. Also ich habe echt Bock, ich finde das Worldbuilding ist mega geil. Das Intro hat mich auch, ich habe, vorhin das Intro habe ich immer mal so ein bisschen geguckt, aber jetzt, es wurde eigentlich komplett ab. Ja, natürlich. Ich liebe es. Ja. Also zu Recht ist es eine der besten Serien, also denke ich mal. Also ich bewerte das alles jetzt nach der ersten Folge. Ja, lass dich einfach noch drauf ein. Nach einer Staffel, nach einer, zwei. Ja, okay. Wir können ja immer so ein kleines Update machen, wie weit ist Lenny mit Game of Thrones. Ich kann ja auch an dieser Stelle sagen, ich lese ja die Bücher zum zweiten Mal, ich habe sie das erste Mal auf Englisch gelesen, jetzt auf Deutsch und ich bin jetzt im achten von zehn. Also ich habe gar nicht mehr so viel vor mir und ich überlege auch schon, was ich dann nachlese, weil das war jetzt auch schon wieder ein größeres Projekt, das nochmal zu leben. Hast du dich durch die mittleren Teile durchgequält? Das ist bei mir zumindest immer so. Meinst du mit mittleren ganz gezielt das vierte Buch? Feast of Crows. Storm of Swords ist einer meiner Lieblings oder der Lieblingsteil. Mit Abstand, ja. Das ist fantastisch. Ja, das ist, ich bin ja jetzt quasi in der zweiten Hälfte von A Feast of Crows. Also du musst wissen, die deutschen Bücher sind, es gibt doppelt so viele wie englische. Die englischen Bücher wurden zweigeteilt im Deutschen. Deswegen gibt es im Englischen fünf Bücher, bisher im Deutschen zehn. Genau, und in der zweiten Hälfte von A Feast of Crows ist, es ist, die zweite Hälfte habe ich halt sehr zäh in Erinnerung, weil also diese ständig, diese Brienne-Kapitel, die sind aus dem Problem. Ja, die Brienne-Kapitel ziehen sich. Aber auf der anderen Seite gibt es halt die, also alle Kapitel auf den Eiseninseln feiere ich hart ab, den, aber ich will jetzt auch nichts Spoilern verlängern. Ja, das stimmt. Aber vielleicht sind ja auch die Namen, die gehen, kommen und gehen. Also das muss ich halt auch sagen, es ist krass überfordern. Ja, es ist wirklich, es ist so viel Name-Dropping und so. Also ich fand es toll, dass Xena daneben war und dann mir noch eine Sache erklärt hat. Ach ja, der und die. Ich wollte auch nicht zu viel vorweggreifen, weil ich meine tatsächlich hat man, also man kommt ja rein irgendwann. Also man braucht seine Zeit, wenn man noch nie, glaube ich, die einzelnen Namen der Häuser oder sowas gehört hat. Aber kann ja nicht schaden, ab und an mal was einzuwerfen. Richtig. Nun ja. Was wir jetzt auch einwerfen können, ist, wer wir sind. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Wir haben heute ein paar richtig heikle Themen. Vielleicht, wir schauen mal genau nach, denn eine Filmbewertungsplattform, die ist in der Krise und wurde mal genauer beleuchtet. Außerdem sind zwei Hollywood-Stars ja auch ein bisschen umstritten aktuell. Die haben nämlich ein seltsames Statement veröffentlicht, für das sie nun angeprangert werden. Dann haben wir den News-Sticker und wir haben eine starbesetzte Serie, die diese Woche eine neue Staffel bekommen, bei Able TV+. Und außerdem ist ein neuer Kriminalfall aus einer Reihe am Start, die bisher nicht so gut gewesen ist. Und außerdem einen vielleicht tollen deutschen Film, wer weiß es. Vielleicht, wer weiß. Wir schauen mal drauf. Die Chancen stehen nicht gut, aber wir schauen mal. Wir schauen mal, was wird. Ja, was wird. Aber wir fangen an mit Tomaten. Tomaten, ja. Ich liebe Tomaten. Tomaten ist das erste Gemüse, was ich tatsächlich als Baby gegessen habe. als ich noch keine Zähne hatte. Ganz so Tomaten. Das weißt du noch? Ja, das erzählen meine Eltern immer jedem, der es wissen will. Sie waren so, unsere Tochter war Riesenfan von Tomaten, schon relativ früh. Ich glaube, das ist so ein Ding, auch meine Familie, weil halb Rumänin und sowas, und dann gibt es immer so leckere Tomaten da und das ist dann irgendwie so voll die Identität unserer Familie. Aber naja. Das ist eh so ein, also das war bei mir die größte Figurenentwicklung. Ich bin vom absoluten Tomatenhasser zum Tomatenjünger geworden. Das ist deine große Charakterarch. Das ist meine große Charakterarch in meinem Leben, dass ich jetzt Kindtomaten gehasst habe und jetzt Tomaten liebe. Aber die Cherrytomaten sind Gott, oder? Ja. Ja, stimmt zu. Sehr guter Gott. Aber es geht nicht um das Gemüse, also zumindest im Logo. Es geht um die Bewertungsplattform Rotten Tomatoes. Da gab es jetzt einen Artikel des Magazins Vulture. Nicht zu verwechseln mit Rotten. Kurz. Ach so. Ja, stimmt. Das Thema hatten wir schon. Okay. Genau, der Artikel hat sich mit dem Score von Rotten Tomatoes auseinandergesetzt. Und um jetzt vielleicht alle abzuholen, Rotten Tomatoes ist ja die Plattform, die Kritiken sammelt und daraus einen Score erstellt. Es gibt den sogenannten Critics Score und den Audience Score. Also einen Score, der sich eher mit Kritikern und Kritikerinnen auseinandersetzt. Das sind rund 3.500 Stück, die dann aus unterschiedlichen, wichtigen und großen Redaktionen stammen und deren Kritiken dann in die Wertung einfließen. Und das sind aber meistens immer nur wenige hundert Leute, deren Kritiken jetzt wirklich einfließen. Denn es ist so, dass man mindestens innerhalb des letzten Jahres eine Kritik bei Rotten Tomatoes veröffentlicht haben muss, um da sozusagen veröffentlichen zu dürfen. Und quasi als Reviewer auf der Seite irgendwie gezählt zu werden. Und es gibt auch sogenannte Top-Critics, zum Beispiel von riesigen Magazinen wie Variety, die dann besonders gehandelt und bewertet werden. Die haben so einen schönen goldenen Rahmen oder sowas drumherum. Warum machen wir das nicht? Da ist so ein Logo, glaube ich, drauf mit Top-Critic auch. Warum machen wir das nicht? Ja, gute Frage. Wir sollten mal bei Rotten Tomatoes veröffentlichen. Oder auch nicht. Oder einfach Geld überweisen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Genau, ja. Weil es gibt natürlich auch Kritik am Rotten Tomatoes Score. Der zeigt nämlich nicht an, wie viele Punkte ein Film im Durchschnitt erhalten hat, sondern wie viel Prozent der Kritiker und Kritikerinnen den Film eher positiv fanden. Das heißt, es gibt eher nur, ist ein Film schlecht, also Rotten, oder ist ein Film gut? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Weil im Endeffekt, wenn, sagen wir mal, du hast wirklich 100 Reviewer oder sowas, die den Film bewerten und 95 von denen sagen, ja, der Film ist so eine 3 von 5. Ich finde den ganz okay. Aber eher positiv. Dann hat der halt auf der Seite wirklich einen Score von 95 Prozent. Was halt, ne, 95 von 100 klingt halt so, ah, das klingt ja nach einem Meisterwerk. Das ist halt das, was man irgendwie bei Rotten Tomatoes sich halt immer vor Augen, eh, also wenn dieses, dazu kommen wir ja gleich, warum dieses Bewertungssystem eh nochmal einen ordentlichen Schaden jetzt abbekommen hat. Ähm, aber das muss man ja eh immer bedenken, wenn man irgendwie die Reviews von Rotten Tomatoes im Sinn hat. Definitiv. Das ist zum Beispiel bei dem Film Air von Ben Affleck so, der wurde überwiegend durchschnittlich bewertet, hat aber halt auf Rotten Tomatoes eine Bewertung von 93 Prozent. Also der Metacritic-Score ist zum Beispiel nur 73. Und da sieht man schon, dass das dann gar nicht so viel aussagt in Einzelfällen. Aber jetzt gibt es eben diesen Artikel. Und der hat sich mit dem Release des Films Ophelia beschäftigt, mit Daisy Ridley in der Hauptrolle. Und der Film ist damals gestartet mit einem Rotten Tomatoes-Score von 46 Prozent bei 13 Kritiken. Und es gibt eine PR-Firma namens Banker 15, die anscheinend im Anschluss darauf dazu oder damit beauftragt wurde, den Rotten Tomatoes-Score aufzuwerten. Und diese PR-Firma hat dann selbstständige Kritiker und Kritikerinnen angeheuert, positive Wertungen zu geben. Also wir müssen uns das mal vorstellen. Das heißt, es gab eine Firma, die dann wirklich willentlich das manipuliert hat, diesen Score. Die hat wirklich auch Leuten angeblich irgendwie 50 Dollar und mehr angeboten hat, damit sie eine positive Review absetzen, damit der Film irgendwie einfach in seinem Rotten Tomatoes-Score höher ist. Ja. Und es hat geklappt. Es ist skandalös. Also es gibt eine Mail, ich zitiere, die ein Rotten Tomatoes-Kritiker von Banker 15 erhalten hat. Es ist ein Sundance-Film und man hat das Gefühl, dass er von einigen Kritikern etwas hart behandelt wurde. Ich bin mir sicher, dass himmelhohe Erwartungen der Grund dafür waren. Die beteiligten Teams glauben, dass der Film von mehr Input von verschiedenen Kritikern profitieren würde. Ich finde, das ist dann schon so eine peinliche Mail auch. Also wenn man die jetzt so mal liest, wenn man merkt, okay, da will halt jemand offensichtlich so ein bisschen durch die Blumen heraus sagen, hey, ich gebe dir Geld, bitte push mal diesen Film nach oben. Das ist auch so ein bisschen so dieses, oh please, bitte, unser Film ist nicht gut bewertet, bitte mach mal. Ja, genau das tatsächlich, ja. Und genau, außerdem haben sie auch noch versucht, die Autoren und Autorinnen negativer Reviews anzuschreiben und dann die gebeten, ihre Wertung zu ändern. Was ja auch noch mal dann so wirklich das Eingreifende bestehende Wertung ist. Also nicht nur, dass sie dann andere Leute bestochen haben, positive zu schreiben, sondern eben auch bestehende schon zu verändern. Und ja, mit diesem Prozess hat es dann geklappt, wie Alper schon eben meinte. Ophelia ist jetzt bei einem Rotten Tomatoes-Girl von 62 Prozent gewesen. Aber die Rotten Tomatoes-Seite wurde jetzt auch heruntergenommen. Ja, so wohl. Ich muss dazu sagen, ich würde noch grad einen Funfact dazu sagen. Ich hab mal vor Jahren, als der Ghostbusters von David Feig, heißt er David mit Vornamen? Paul Feig. Paul Feig. Paul Feig rauskam, der mit den vier Ghostbusterinnen. Ich hab mal damals eine Kritik dazu gemacht und ich fand den Film ja nicht gut. Der hat mich auf so einer persönlichen Ebene sogar ziemlich angekotzt und wütend gemacht. Ich fand den allerdings dann im Endeffekt filmisch irgendwie ganz okay. Und in meiner Kritik hatte ich so aufgebaut, dass ich den eigentlich hauptsächlich komplett zerrissen habe und alles ausgeführt habe und versucht habe zu erklären, warum ich den Film ganz scheußlich finde. Und hab dann aber in der finalen Bewertung, also in der Punktzahl gesagt, dass ich dem halt fünf von zehn Punkten geben würde. Und ich hab halt direkt vorweg genommen, so, ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum ich dem nach all der Kritik, nach all den harten Worten trotzdem noch irgendwie fünf von zehn Punkten gebe. Und natürlich war der Hintergrund, dass ich halt trotzdem finde, dass der Film nicht irgendwie halt keine Vollkatastrophe ist. Ich hab aber den Gag gebracht, ich krieg für jeden Punkt Geld von Sony. Das war ein Gag. Aber das ist ja grad hier wirklich die Realität. Also, es passiert ja. Es ist halt schon krass, vor allem wenn man darüber nachdenkt, was dieser Rotten Tomatoes Score halt eben für eine Auswirkung hat, beziehungsweise wie wichtig es ist, dass man wirklich dafür Geld bezahlt, damit er eine bessere Wertung bekommt. Also, man sieht es ja auch sehr viel in Trailern oder so. Dann wird nochmal dieser Rotten Tomatoes Score eingeblendet oder auf Plakaten wird auch damit geworben. Budi, es nutzen das immer mehr. Genau, es ist halt wirklich so ein richtiges Standing. So ein erster Anhaltspunkt zumindest oder sowas wie Oscar-nominiert. Das ist dann erstmal so eine Art Buzzword, was ja auch gut funktioniert. Also, man denkt dann direkt, ah, okay, der Film hat irgendwie Staub aufgewirbelt. Der ist zumindest bei vermeintlichen Kritiker und Kritikerinnen unvoreingenommen gut angekommen oder eben schlecht angekommen. Und ja, definitiv ist das dann schwierig, wenn man sich darauf nicht mehr verlassen kann. Weil man hat jetzt auch nicht so die Alternativen, die so geläufig sind, dass man die dann auch nutzt. Also, IMDb gibt es natürlich auch noch. Aber da sieht es ja ähnlich aus. Da gibt es zwar nicht diese getrennte Wertung zwischen Kritiker, Kritikerinnen und Publikumswertung, so eine allgemeine, aber das ist eben auch so eine gewichtete Durchschnittswertung. Ja, vor allem aber auch auf IMDb. Und gerade bei allen Bewertungen, in denen das gesamte Internet entscheidet, es gibt halt Review-Bombing und sowas. Und ich weiß noch, ich hab die Geschichte, glaube ich, schon zwei, dreimal im Podcast erzählt. Als The Dark Knight rauskam, wurde The Godfather, damals Platz eins auf IMDb, hat halt wirklich Tausende eine Sterne Bewertung bekommen, damit der runtergestuft wird, damit The Dark Knight über The Godfather kommt. Und dann haben sich The Godfather-Fans gewehrt und haben halt dann The Dark Knight nur einen Stern gegeben. Und das sind ja auch keine fairen, realistischen Bewertungen. Also, ich glaube, das Sinnvollste ist wirklich, dass man einfach nur uns guckt und hört. Finde ich auch. Finde ich sehr, sehr wichtig. Nee, dass man einfach irgendwie sich vielleicht einen Reviewer oder auch eine Reviewerin oder sowas irgendwie sich aussucht. Mit der Person ist man irgendwie d'accord meistens. Oder man versteht die Argumentation oder was auch immer. Und man orientiert sich dann irgendwie daran oder schaut sich mehrere an und beschäftigt sich differenziert. Weil das wäre jetzt auch mal eine Frage, inwiefern spielt in eurem Leben Rotten Tomatoes eine Rolle oder die Bewertung von RT? Ich muss tatsächlich sagen, ich schaue immer sehr früh schon. Also, ich gucke auch immer, wir bekommen ja mit, wann so ein Filmembargo fällt. Und ich schaue wirklich häufig danach, okay, wie fällt das aus? Also, ich lege da nicht so viel Wert drauf. Aber ich will trotzdem immer mal so eine Tendenz irgendwie so erfassen, glaube ich. Also, zum Beispiel bei dem Super Mario Bros. Film war ich, weiß ich noch, war ich so geschockt, dass der so nur 44 Prozent bei dem Release hatte. Und ich war so, okay, gut, das habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Ich fand, es ist immer eigentlich so ein schöner Anhaltspunkt gewesen, einfach nur mal, um Tendenzen so herauszunehmen. Also, ich habe da jetzt nicht komplett mehr. Also, ich liege auch oftmals gar nicht so mit dem Gleich in meiner Meinung. Aber ich finde, es ist trotzdem so ganz gut, da irgendwelche Tendenzen rauszuholen. Aber wenn es eben auch so manipuliert werden kann, dann ist halt die Frage, wie viel Sinn macht so ein Rotten Tomatoes? Also, das ist ja auch jetzt nicht unbedingt neu. Es ist jetzt auch nicht komplett neu, dass man nicht auf, dass man vorsichtig sein sollte allgemein, was Punktzahlen und Reviews und so weiter angeht. Also, früher, auch nach Vorzeiten des Internets, gab es auch im Endeffekt immer wieder dieselben Personen und Magazine, zu denen die Studios immer gegangen sind, weil sie wussten, ach, die werden das schon positiv bewerten. Und dann haben sie halt deren Zitate als Testimonials benutzt und dann auf ihre VHS-Cover gepackt und so weiter. Das waren irgendwie immer dieselben Namen und immer dieselben Magazine, die halt sowieso irgendwie alles eher tendenziell positiv bewertet haben. Und so ähnlich ist das ja auch auf Review-Plattformen wie Rotten Tomatoes. Also, nur mal ein Beispiel, das habe ich extra noch mal rausgesucht. Quantomania zum Beispiel, der dritte Ant-Man-Film, der ist ja wirklich wahnsinnig schlecht angekommen. Ich finde den ganz furchtbar. Der ist aber, und ich weiß noch, damals war ich auch ziemlich überrascht, als er dann gestartet ist. Und auf Rotten Tomatoes stand der dann zuerst bei einer Bewertung von fast 80 Prozent positiven Bewertungen. Ich dachte mir, haben wir einen anderen Film gesehen? Das Problem ist, dass halt sehr viele Comic- und Marvel-Reviewer den Film zunächst bewertet haben, die das natürlich tendenziell eher positiv sehen. Mittlerweile ist der Film auf Rotten Tomatoes bei 46 Prozent. Also, der ist über 30 Prozentpunkte, ist der halt abgestürzt. Da ist so was wie eine Objektivität oder so eine Ganzheitlichkeit ja gar nicht gegeben. Und auch so eine Sache, sorry, dass ich grad so laber, aber noch so eine Sache ist, was wir früher mal ab und zu mal gemacht haben, waren so Presse-Junkets, nennt man das. Das waren so, dass man halt zum Beispiel irgendwie irgendwo hinreist und dann irgendwie, keine Ahnung, die Stars interviewt und dieses und jenes macht. Und irgendwann hab ich halt auch festgestellt, gerade bei, ich hab das ja zum Beispiel auch bei dem Ghostbusters-Film von eben, hab ich das ja zum Beispiel auch gemacht. Ich durfte nach Boston, was natürlich megacool war. Aber gleichzeitig kommt man halt in so einen schwierigen, kleinen Gewissenskonflikt, weil man sich halt auch denkt, also man merkt halt schon, krass, krieg ich, also wird der Film dadurch gerade tendenziell bei mir irgendwie besser. Also es fällt dann schwieriger, rational differenziert über einen Film zu sprechen und nachzudenken, wenn man irgendwie, keine Ahnung, die Menschen, die den Film gemacht haben, auch interviewt hat. Und es ist irgendwie, es ist schwierig. Deswegen, also wir machen das ja auch kaum noch, diese Presse-Junkets, bis eigentlich gar nicht mehr. Finde ich total nachvollziehbar. Man ist ja dann auch nicht davon total unbeeindruckt, wenn man jemanden kennenlernt, der dann darüber erzählt, wie er involviert war in den Produktionsprozess und so. Da hat man ja Empathie auch einfach vor, also mit diesen Menschen. Vor allem in Mailand oder Madrid oder wo auch immer dann dieses Presse-Ding halt stattfindet. Voll. Und ich wollte aber auch noch einen Punkt machen, generell über dieses Bewertungssystem, weil ich finde auch, man könnte darüber diskutieren, ob überhaupt so ein Film reduzierbar ist auf eine Punktzahl. Da reden wir auch total oft drüber. Und deswegen finde ich das generell fragwürdig, ob dann komplexe Kritiken überhaupt, finden ja auf diesen Portalen dann eher nicht statt. Also zumindest, wenn man sich nur den Score anguckt. Und da glaube ich dann auch, dass so ein Mix eben auch so Filmkritiken und dann auch vielleicht von so diverseren Stimmen, weil ich habe auch mal, es gibt so ein Statistik-Blog, 5038, der hat mal gesagt, oder herausgefunden, dass IMDb sogar fünfmal mehr männliche Nutzer zum Beispiel hat, als jetzt Frauen zum Beispiel oder weibliche NutzerInnen. Und ich glaube, das ist dann auch zum Beispiel so ein Punkt, die Frage, wer da bewertet und wer dann eine größere Stimme hat und wer da auch dann vielleicht das so verändert und aus welcher Perspektive das betrachtet wird. Das muss man halt immer sich vor Augen führen. Also das ist halt allgemein, also ich meine noch mehr, ich meinte was ganz anderes, als du gesagt hast, inwiefern Punkte eine Rolle spielen. Also im Endeffekt, also ich meine auf den zweiten, es ist ja auch, jedem ist es ja erlaubt, auf IMDb eine Bewertung abzulassen. Absolut jeder Person, da hindert ja wirklich niemanden dran. Die Sache ist aber, dass man halt etwas so Komplexes und so teilweise auch Subjektives wie Kunst, wie ein Film, halt auf Punkte runterzubrechen, wie beim Sport, das ist halt schwierig. Das ist halt schwierig und das sage ich halt auch schon immer. Es ist, achtet nicht so sehr auf Punkte und Prozentzahlen und das spiegelt den Film in sehr, sehr vielen Fällen einfach nicht wieder. Und es fühlt sich so oft falsch an. Also euch geht es ja bestimmt dann auch oft so. Oder ist es euch schon oft gegangen? Ich fühle mich dann manchmal so komisch, als würde ich dem Film dann am Ende noch mal so einen Stempel aufdrücken, in eine Schublade stecken oder sowas, so unterordnen und irgendwie über andere Filme stellen. Also das ist so, ja, sehr einschränkend. Es ist halt schwer, so ein differenziertes Gefühl in etwas so Klares wie eine Punktzahl irgendwie hineinzupressen. Das ist schwierig. Und es kann auch halt so viel Tagesform abhängig sein. So ein Film kann ja an einem Tag eine Acht sein, an dem anderen nächsten Tag eine Sieben. Und was generell auch noch so ein Ding ist, du hast ja von Reviewbombing eben auch gesprochen, dass es auch sehr viele Filme mit Fanbases gibt, zum Beispiel die Snyder, die Sex-Snyder-Filme. Wenn dann die Snyder-Army dann da drauf drückt, dann gibt es zum Beispiel auch bei Letterboxd oder so, gibt es dann auch eine höhere Wertung, weil die einfach Fan eines von Filmschaffenden sind oder von Filmen generell. Zum Beispiel ein Beispiel, wo wir auch später noch mal zu dieser Person kommen, die Dokumentation über Taylor Swift hat bei Letterboxd auch unglaublich viele hohe Punkte, weil der dann auch nur von Leuten geguckt worden ist, beziehungsweise gelockt worden ist, die Taylor-Swift-Fans sind. Und dann fällt das natürlich dementsprechend hoch aus und wirkt gar nicht mehr an die Objektivität dieser Doku gedacht. Ey, Mobbing der Film war eine Woche lang oder zwei Wochen lang irgendwie, als er auf Letterboxd, also auf dieser Film-Datenbank, die auf die Letterboxd zugreift, dann hochgeladen wurde, war das der, ich glaube, der bestbewertetste Film überhaupt. Ja, das kann ich aber verstehen. Also das ist halt objektiv und korrekt. Ja, natürlich. Aber noch vor Everything, All at Once, der war, glaube ich, damals auf Platz 1 und hat den dann vom Thron gestoßen und war dann auf Platz 1. Und das wurde halt runtergenommen von Letterboxd. Mit dem, und wir haben halt dann auch nachgefragt, so, warum habt ihr das eigentlich runtergenommen? Und die haben halt gesagt, so, ja, wir erlauben kein Review-Bombing auf unserer Webseite. Oder, oder das, ich glaube, die haben das so formuliert, dass sie halt dazu aufrufen, wenn, wenn, wenn die Macher des Films aufrufen, den Film positiv zu bewerten, dann nehmen sie den direkt runter. Und ich so, das haben wir nicht getan. Wir haben zu keinem Zeitpunkt irgendwen dazu aufgefordert, den Film auf Letterboxd positiv zu bewerten. Wir wussten nicht mal, dass unser Film, also Jonas' Film, auf Letterboxd ist. Das waren halt einfach Menschen, die den Film wirklich gut finden. Und das ist ja, das ist doch schön. Ja, hat aber, also, da hat keine Argumentation in irgendeiner Form geholfen. Der Film wird dann runtergenommen. Und, ja. Ja, also, finde ich auch nicht gut, dass der runtergenommen wurde. Das ist eine absolute Frechheit auf jeden Fall. Genau. Wir sollten mal klagen gegenüber Letterboxd. Das finde ich auch. Aber tatsächlich ist ja eine, irgendeine Art Werkzeug, das vielleicht dann zu kontrollieren von Seiten von Letterboxd, IMDb und Rotten Tomatoes und Co., finde ich generell zu befürworten, zumindest dem dann entgegenzuwirken. Also, ich finde, das wäre ja natürlich eine Methode, da zum Beispiel dann irgendein System oder sowas, das gibt es ja bestimmt auch schon, ich glaube, IMDb nutzt ja auch einen Algorithmus, aber das ist dann auch immer die Frage, das wird dann immer so intransparent auch kommuniziert, weil du nicht richtig weißt, wie funktioniert der jetzt genau, welche zum Beispiel bei IMDb jetzt, welche Kritiken werden mehr bewertet, also werden mehr gewichtet, nicht mehr bewertet, mehr gewichtet. Und das finde ich dann auch immer schwierig, weil dann kannst du auch als Nutzer und Nutzerin nicht wirklich das so gewissenhaft, glaube ich, benutzen, wenn du nicht weißt, okay, wie raus setzt dir sie sich jetzt überhaupt zusammen. Ich glaube, bei Rotten Tomatoes ist das sogar dann durch die Unterscheidung noch ein bisschen klarer. Ja, also ich habe vor kurzem eine Serie geguckt, die auch nur 82 Prozent auf Rotten Tomatoes hat und ich hätte der 18 Prozent obendrauf gegeben. Ich glaube, sie hätte das verdient, nämlich eine Amazon Prime Serie namens The Lost Flowers of Alice Hart oder im Deutschen Die verlorenen Blumen der Alice Hart, was irgendwie sehr poetisch klingt, finde ich. Das ist eine Serie aus Australien, die auf, wie gesagt, auf Amazon Prime zu finden ist. Es gibt sieben Folgen, a 50 bis 60 Minuten, also man ist etwa sieben Stunden lang beschäftigt. Und es ist eine Serie, die mich im wahrsten Sinn des Wortes wirklich umgehauen hat, so sehr, dass sie, ich jetzt schon weiß, die wird in meiner, wir machen ja immer zum Jahresende unser Serienranking, die besten Serien des Jahres und so weiter, das wird wahrscheinlich bei mir irgendwie ganz oben mit dabei sein. Weiß nicht, ob es Platz eins wird am Ende, aber auf jeden Fall wird es um Platz eins kämpfen. Ich bin sehr begeistert davon. Sigourney Weaver spielt mit. Die gute Frau ist mittlerweile 72 Jahre alt und es ist eine, also sie spielt auch wirklich in jeder Folge mit, es ist kein Kurzauftritt oder sowas. Eine wichtige Frage, spielt sie eine 14-Jährige? Bitte? Spielt sie eine 14-Jährige? So wie in Avatar. Das ist aber immer gerade sehr verwirrt. Aber das Lustige ist, es gibt, das ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich es verrate, es wird Flashbacks geben, in denen wir Sigourney Weaver auch jünger sehen. Also man sieht sie in mehreren Altersstufen. Und dieses De-Aging sieht überragend aus. Überragend. Also ich habe mich wirklich gefragt, wie kann das denn sein, dass diese australische Serie das so viel besser hinbekommt als Marvel und die ganzen großen Hollywood-Studios? Indiana Jones. Zum Beispiel. Also ich war wirklich sehr, sehr begeistert von dem De-Aging. Aber worum geht's? Es geht um Alice Hart. Alice Hart ist ein junges Mädchen, das acht, neun Jahre alt ist. Auch hier vorweg, es geht wirklich um sehr, sehr, sehr harte Themen. Es geht um häusliche Gewalt. Es geht allgemein um Gewalt. Es geht um Vergewaltigung und um wirklich schwerste Themen. Alice Hart ist nämlich ein neunjähriges Mädchen, das zusammenlebt irgendwo in Australien mit ihrem gewalttätigen Vater und ihrer schwangeren Mutter. Und ja, der Vater terrorisiert die Familie und sie träumt immer wieder, das Mädchen träumt immer davon, ihren Vater in Brand zu setzen. Und mehr will ich eigentlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht verraten. Es geht auch um ihre Großmutter, die halt von Sigourney Weaver gespielt wird. Und die Großmutter, so viel sei aber verraten, und das ist, glaube ich, völlig in Ordnung, betreibt eine Blumenfarm. Also ich wusste auch gar nicht, dass es so was wie Blumenfarmen gibt. Ich ging immer davon aus, so habe ich das in der Serie verstanden, dass das halt eine Farm ist, in der sehr schöne Blumen ... Boah, ich habe keinen grünen Daumen. Was für Blumen, Alper? Mohnblumen. Alle möglichen Tulpen. Lilien. Kiranien. Aha. Kakteen. Für Floristen, Gärtnereien und so weiter, habe ich angenommen, dass dafür halt die Blumen gezüchtet werden. Also wie so in den Niederlanden, in diesen Blumenfeldern und alles. Ja. Also es ist einfach eine extrem schöne Farm, wo überall Blumen sind. Aber diese Farm wird nicht nur betrieben von ihr, von Junehard, der Großmutter, sondern auch von ... Junehard heißt die? Die heißt Junehard, ja. Wow, das ist ein wunderschöner Name. Okay, schreibe ich mir auf, von meiner Namensliste zukünftig. So eine schöne Namenliste. Ja, ja, aber darüber reden wir jetzt nicht. Fühl gerne fort. Genau, und Junehard betreibt diese Farm allerdings auch als Refugium für Frauen, die aus ... Frauen und Mädchen, die aus schwierigen Familien kommen oder aus Beziehungen, in denen sie Gewalt erfahren haben. Also die finden da quasi ein Zuhause. Also so eine Art Frauenhaus. So eine Art Frauenhaus, nur halt, dass die Frauen da halt dann auch auf der Farm dann arbeiten müssen. Das ist quasi dann der, so bezahlen die halt ihren Aufenthalt. Aber es ist halt dann so eine sehr herzliche Community, in der Frauen und Mädchen füreinander da sind. Genau, und darum dreht sich The Lost Flowers of Alice Hart und geht aber dann auch noch, also erzählt auch, es zieht sich wirklich über viele Jahre. Also wir lernen Alice Hart dann auch als Erwachsene kennen. Und ich dachte anfangs, dass das alles ein bisschen überdramatisch herkommt und sehr dick aufgetragen ist. Das hat sich aber sehr schnell gelegt, weil die Geschichte dann extrem gefühlvoll und, ja, so eine wahnsinnig schöne Figurenentwicklung aller Figuren erzählt. Mich hat die Serie wirklich umgehauen. Auch weil ich, ich meine, früher war es mal so, ganz, ganz früher vor den goldenen Zeiten des Fernsehens, dass man Serien und Kinofilme klar voneinander unterscheiden konnte. Serien waren sehr dialoglastig. Es gab meistens immer wieder ähnliche Kameraperspektiven und es war selten so, dass eine Serie Bilder hatte, die wirklich kinoreif waren. Und wenn, dann immer nur sehr vereinzelt. Manchmal war der Schnitt ja auch auf die Werbung ausgelegt. Total. Also ich hatte letztens noch mal eine ältere Serie geschaut und es mir dann auch aufgefallen, wie ungewohnt das ist fürs Auge. Klar. Wenn du teilweise eine alte Serie guckst noch heutzutage, die irgendwie auf die Streaming-Seite geladen wird oder sowas, unverändert, dann hast du auch manchmal, kommt halt so ein Moment, wo halt ganz klar ein kleiner Cliffhanger ist und dann ist Schwarzbild und du weißt halt ganz klar, ah, okay, hier wird die Werbung eingeblendet. Und dann ist halt Schnitt zurück und dann siehst du sogar trotzdem noch mal irgendwie diese letzten Sekunden, die zuvor passiert sind. Weil das halt fürs Fernsehen geschnitten wurde. Und ich hab aber selten eine Serie gesehen wie The Lost Flowers of Alice Hart, die wirklich visuell so beeindruckend war. Also die Bilder, das ist wirklich, das ist unfassbar. Es ist, also so gut sehen Kinofilme nicht aus, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass das Ganze in Australien spielt und die sich extrem schöne Locations ausgesucht haben, sei es was die Natur angeht. Also so ein riesiger Krater spielt da auch eine Rolle. Ähm, diese Blumenfarm sieht total atemberaubend aus. Gleichzeitig wird halt diese unglaublich, ähm, wichtige und kraftvolle Geschichte erzählt. Es ist auch noch wahnsinnig gut gespielt. Also Sigourney Weaver, das ist vielleicht die beste schauspielerische Leistung von ihr, die ich persönlich je gesehen habe. Es war, also sie ist eine, 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 mir fällt jetzt das Wort nicht ein, sie ist eine schauspielerische Naturgewalt in der Rolle. Okay, nach dieser Lobeshymne, glaube ich, gibt es keinen da draußen, der diese Serie jetzt nicht anfangen will. Also man muss halt, man muss halt wissen, was man, was man, was man, was man, was einen erwartet. Das ist wahrscheinlich auch nichts, was man einfach so, ach manch, das mache ich mir heute Abend mal an, gucke ich mir schön, dann esse ich noch was Schönes dabei und so. Das ist wahrscheinlich eher so, okay, das wird einen mental auch ziemlich mitnehmen. Über, ja, ja, also man muss da auch wirklich emotional, so habe ich, sich darauf, dafür vorbereiten, weil man wirklich, also auch Gewalt, die zum Beispiel an diesem kleinen Mädchen auch angewandt wird, die wird auch gezeigt und das ist teilweise wirklich sehr, sehr schwer mit anzusehen und mir blieb auch mehrmals die Luft weg. Ähm, ja. Wo gibt es die Serie nochmal? Amazon Prime. Amazon Prime, okay. Gleichzeitig gibt es aber auch so ein paar, es gibt auch männliche Figuren in dem Film, die herzerreißend sind, die, klar, ich meine, diese Serie spielt, das Thema ist nun mal Frauen, denen Gewalt widerfährt in ihrer Beziehung, dadurch lernt man sehr, sehr viele wirklich schwierige Persönlichkeiten, kennen in dieser Serie, wobei auch diese Serie versucht, da irgendwie die nicht zu eindimensional zu zeichnen und da auch irgendwie so ein bisschen diese Figuren zu erforschen, was total spannend ist. Gleichzeitig gibt es auch mit Oggy zum Beispiel, für all die die Serie geguckt haben, oder dem Polizisten, dessen Name mir gerade nicht einfällt, auch so wunderbar herzergreifende, tolle männliche Figuren. Und ja, nee, ich war sehr begeistert von The Lost Flowers of Alice Hart. Okay, ist aufgeschrieben. Und ich hab das sogar extra hier auch noch als Thema mitgebracht, weil das ja das nächste Thema, über das wir heute sprechen, das gerade in der Filmwelt leider in aller Munde ist, ja, weil das damit halt zusammenhängt. Das ist leider eine thematische Nähe. Nämlich zwei Hollywoodstars, das Traumpaar schlechthin, könnte man meinen, hat sich vielleicht, so wirkt es auf mich persönlich, vielleicht sogar die Karriere ruiniert, wer weiß. Es ist auf jeden Fall extrem umstritten, was da passiert ist. Und ich mein, Lenny und ich haben relativ lang darüber gesprochen, ob wir, du ja auch gesehen, aber ob wir dieses Thema überhaupt besprechen sollen. Weil's so schwer ist, weil's so ernst ist, weil's auch so viele Facetten hat. Aber wir haben uns dafür entschieden. Und auch viele Fragezeichen. Viele Fragezeichen sind noch offen. Das Ganze ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Aber ich find's einfach wahnsinnig interessant, was da passiert. Nämlich Mila Kunis und Ashton Kutscher. Seid ihr Fans von Mila Kunis und Ashton Kutscher gewesen? Von den Filmen, Serien, was auch immer zuvor? Ich hatte da mit den beiden nie so wirklich was verbunden. Also außer natürlich, dass man sie jetzt kennt aus mehreren Produktionen natürlich. Ich muss bei den beiden immer an Ziemlich beste Freund... Nee, du meinst Freunde mit gewissen Vorzügen. Freunde mit gewissen Vorzügen. Nee, warte, da gibt's nämlich zwei, die sind ziemlich zeitgleich erschienen. Ich bin zeitgleich erschienen. Freunde mit gewissen Vorzügen. Aber die haben nicht... Die haben beide in beiden mitgespielt. Genau, warte, Freunde mit gewissen Vorzügen und Freundschaft Plus. Freundschaft Plus ist es so dieses... Also beide Filme handeln halt eben, während ihr das nachguckt, um Fickbeziehungen. Nee, doch, doch, Freundschaft... Okay, super. Genau, ja, die... Doch, es sind Freunde mit gewissen Vorzügen und Freundschaft Plus. Ach, da hat Ashton Kutscher auch mitgespielt. Ja, genau, das ist ja das Ding. Mit Natalie Portman. Beide haben in beiden Filmen mitgespielt, aber eben nicht zusammen. Nee, Mila Kunis hat nicht in Freundschaft Plus mitgespielt. Sie hat in Freunde mit gewissen Vorzügen. Ja, genau, also einer hat in dem einen mitgespielt, die andere Person in dem anderen. Und das sind aber ähnliche Themen und ähnliche Titel. Ach so, der spielt gar nicht in Freunde mit gewissen Vorzügen mit. Da ist es Justin Timberlake. Jetzt haben wir wahrscheinlich alle verwirrt, aber daran muss ich immer denken, an diese beiden Filme. Und tatsächlich, sonst habe ich nie... Ich hänge jetzt nicht viel an diesem Paar. Deswegen, du, Lenny? Ich muss sagen, ich hatte wirklich so eine gewisse Liebe für Ashton Kutcher übrig, weil ich... Tourne-Half-Man-Fan bist. Genau, exakt. Die Geihart. Nee, das war... Aber die letzten Staffeln, ja. Das war ein krasses Ding damals, als echt ein Kutcher. Auf jeden Fall. Also ich finde Tourne-Half-Man echt nicht gut, aber ich habe das damals dann geguckt, als echt ein Kutcher dabei, um einfach nur mal diesen Vibe zu checken. Und es war kein guter Vibe. Ich glaube, das waren die Folgen, die man immer weggeklickt hat, wenn die bei ProSieben liefen. Exakt. Aber ich fand Butterfly-Effekt echt cool. Also ich habe da auch eine gewisse Hassliebe für, weil der Film ist auch eigentlich... Hat der sehr viele Schwächen, aber trotzdem habe ich da wirklich sehr viel Liebe auch übrig für. Ich auch. Ist auch ein richtig Pleasure von mir, ja. Genau. Mila Kunis finde ich auch toll als Schauspielerin, auch in Komödien zum Beispiel. Und Mac in Family Guy, ne? Genau, das wollte ich gerade nämlich auch gesagt haben. Also ich fände sie zum Beispiel auch richtig gut mit Nie wieder Sex mit der Ex, nämlich der tolle deutsche Film mit Jason Siegel. Der heißt im Englischen Forgetting Sarah Marshall. Ah ja. Deutlich weniger sexlastiger Titel. Aber da war sie auch toll drin. Und Ashton Kutcher spielt in einem Film mit, der für mich, als ich 14 war, das Komödienmeisterwerk schlechthin war, nämlich Ey Mann, wo ist mein Auto? Ich liebe Ey Mann, wo ist mein Auto? Ey Mann, wo ist mein Auto ist leider echt... Ich finde den toll. Ich habe den eine Zeit lang so mit 14, als ich so ein unangenehmer 14-jähriger Junge war, habe ich den wirklich... Ich glaube, ich habe den irgendwie siebenmal oder sowas geguckt. Worum geht es da? Geht es darum, dass man sein Auto verliert und dann jemand sagt, Ey Mann, wo ist mein Auto? Ja, ja, exakt. Alles klar. Also es sind halt so zwei Stoner, die in einer durchzechten Nacht ihr Auto irgendwo verparkt haben. Und es ist nicht halt... Die haben halt den krassesten Filmriss ever und können sich an den ganzen Abend nicht erinnern. Und die rekonstruieren den Abend und es wird einfach immer irrer und immer irrer. Aliens spielen auch eine Rolle. Aliens spielen irgendwann eine Rolle. Ah, okay. Ja. Das klingt eigentlich ganz witzig. Das Hangover der Millennial-Generation. Also ich mag Ey Mann, wo ist mein Auto auch immer noch? Plus Aston Kutcher ist auch noch in meiner Jugend groß gewesen wegen der MTV-Serie Punk'd. In der, das war quasi, bevor YouTube groß war, bevor man überhaupt mit YouTube Geld verdienen konnte, war das eine Serie, in der Stars geprankt wurden. Und da hat Aston Kutcher immer moderiert. Und das war immer der Gag, als der... Hat er moderiert? Ich glaub schon, ja, ja. Ah, okay. Und der kam dann auch immer und so, you just been pranked und bla, bla, bla. Und äh, punked, nicht pranked, punked. Genau. Das ist Aston Kutcher. Aber, also ich weiß nicht, es war wahrscheinlich vor eurer Zeit und eigentlich war es auch vor meiner Zeit. Die 70er. Die 70er, die wilden 70er. Nee, aber die Serie ist halt 1998 gestartet. Und, ähm, lief dann auch, war super erfolgreich auf der ganzen Welt, acht Staffeln lang. Und ich kann mich halt wirklich noch genau dran erinnern, dass ich das als Kind immer geguckt hab, aber nie besonders mochte. Ähm, aber ich glaube heute, das ist vielleicht mein, also ich hab so ein Faible für die 70er, das ist so mein Lieblingsartstyle und Fashionstyle und so weiter, so von meinem persönlichen Geschmack her. Vielleicht hat mich das damals geprägt. Und in dieser Serie spielten viele Menschen mit, die dadurch berühmt wurden und später dann auch, ähm, ja, super erfolgreich wurden, wie zum Beispiel Aston Kutcher und Mila Kunis. Die haben sich beide auch in dieser Show kennengelernt. Aber es spielten auch mit Topher Grace, den kennt man auch, zum Beispiel als Venom aus Spider-Man 3. Oder Black Clansman hat er mitgespielt und in vielen anderen tollen Filmen. Ich mag Topher Grace sehr. Ähm, wer spielt noch mit Laura Prepon? Die kennt man ja mittlerweile vielleicht auch aus Orange is the New Black. Und Danny Masterson. Und Danny Masterson, um den soll es jetzt gehen. Ähm, Danny Masterson spielte in die wilden 70er eine Figur namens Stephen Hyde. Und Masterson erhielt im Jahr 2017 zum ersten Mal Anschuldigungen wegen sexuellem Missbrauchs und Vergewaltigung. Und wegen dieser Vorwürfe wurde er auch von Netflix gefeuert, aus der Serie The Ranch, in der Ashton Kutcher übrigens auch mitspielte. 2020 wurde er dann wegen Vergewaltigung angeklagt. Es ging dabei um drei verschiedene Frauen, die er vergewaltigt haben soll. Und im Mai diesen Jahres, dieses Jahres, im Mai dieses Jahr, gab es in zwei Fällen einen Schuldspruch. Das heißt, er ist wirklich ein schuldig gesprochener Vergewaltiger. Und auch das Strafmaß hat für Furore gesorgt damals. Masterson muss nämlich mindestens 30 Jahre absitzen, bevor er auf Bewährung bei guter Führung entlassen werden könnte. Also es sind mindestens 30 Jahre Haft, wenn nicht mehr. So, das ist passiert. Ähm, das ist die Sachlage. Und jetzt kommt's aber zu dem brisanten Punkt, über den wir sprechen wollten. Topher Grace zum Beispiel, der hält sich bedeckt. Der hat bisher, soweit ich weiß, noch gar nichts zu diesem gesamten Fall gesagt. Ganz im Gegensatz zum, äh, ja, zum Hollywood-Paar Ashton Kutcher und Mila Kunis, aber zum Beispiel auch der Schauspieler Giovanni Ribisi. Die haben nämlich nach dem Schuldspruch jeweils, ähm, Briefe an die Richterin, äh, verfasst. Und, äh, der Brief von Ashton Kutcher und Mila Kunis ist auch öffentlich geworden. Darin sprechen die sich nämlich für ihren gemeinsamen Freund Danny Masterson aus, der einen tadellosen Charakter habe. Ich würde mal einfach den Brief vorlesen, oder so ein Teil aus dem Brief. Von Mila Kunis. Von Mila Kunis, genau. Ich verbürge mich von ganzem Herzen für Danny Mastersons außergewöhnlichen Charakter und den enormen positiven Einfluss, den er auf mich und die Menschen in seinem Umfeld hatte. Seine Hingabe, ein drogenfreies Leben zu führen und die aufrichtige Fürsorge, die er anderen entgegenbringt, machen ihn zu einem herausragenden Vorbild und Freund. Von Anfang an konnte ich seine angeborene Güte und sein aufrichtiges Wesen spüren. Seine fürsorgliche Art und seine Fähigkeit, mir Ratschläge zu geben, waren für mein persönliches und berufliches Wachstum von großer Bedeutung. Ich denke mir, boah, wenn ich jemandem so einen Brief über mich schreiben würde, wäre ich echt geehrt. Das wäre krass. So klingen alle meine Jobzeugnisse rein. Genau. Ja, aber im Prinzip wird in diesen Briefen immer wieder erzählt, was für ein toller Freund, Vater und Ehemann dieser schuldig gesprochene Vergewaltiger wäre. Übrigens noch ein ganz wichtiger Punkt, den man sich ja auch noch irgendwie vor Augen führen sollte. Mila Kunis und Ashton Kutscher kannten die Opfer persönlich. Das ist nur noch mal so ein Punkt, den viele gar nicht wissen. Das war nämlich irgendwie in diesem persönlichen Umfeld von Danny Masterson und dem Paar. Ja, und diese gesamten Briefe nehmen halt eigentlich keinerlei Bezug zu den eigentlichen Straftaten. Und die, genau, da ging es nämlich um das, also diese Briefe waren im Rahmen des Strafmaßes nach der Schuldig-Sprechung. Und die Richterin hat halt auch diese Briefe zwar anerkannt, aber gleichzeitig auch in dem letztendlichen Urteil dann auch gesagt zu Danny Masterson, ich weiß, dass sie hier sitzen und ihre Unschuld beteuern und sich als ein Opfer des Gerichts dieses Justizsystems wahrnehmen. Aber, Mr. Masterson, sie sind hier nicht das Opfer. Ähm, genau. Dieser gesamte, dieser gesamte Skandal um die Briefe ist halt genau das geworden, nämlich ein riesiger Skandal. Viele Menschen waren sehr entsetzt. Und mich persönlich hat das so ein bisschen auch erinnert an, habt ihr mal mitbekommen, dass, ähm, also erst mal, ihr kennt sicherlich den Regisseur Roman Polanski. Der hat ja mal, und das ist ja auch nachgewiesen, das hat er auch zugegeben, der hat in den 70ern eine 13-Jährige vergewaltigt. Und zwar unter Verwendung betäubender Mittel. Und auch das, ich meine, es ist eine Riesengeschichte, ein Riesenthema, das sich auch seit, also ein Rattenschwanz, ein Jahrzehntelang Rattenschwanz hat. Ähm, das ist ein sehr komplexer Fall, den ich hier nicht verkürzen möchte. Aber auch da, ähm, viele Schauspielende, viele Regisseure und Regisseurinnen haben eine Petition gestartet, in denen sie, ähm, sich für Roman Polanski eingesetzt haben und gegen diese angebliche Hexenjagd. Äh, darunter halt so wirklich so superbekannte Persönlichkeiten wie Wes Anderson, Darren Aronofsky, Martin Scorsese, Harrison Ford, Tom Tigua, Terry Gilliam, David Lynch, Alejandro Iñárritu und so. Und nur wenige wie Natalie Portman oder Guillermo del Toro haben sich dann später auch entschuldigt und ihre Unterschrift zurückgezogen. Also das ist auch ziemlich heftig. Wir haben da letzte Woche noch drüber geredet, weil Roman Polanski auch auf den Filmfestspielen in Venedig einen neuen Film hatte, wo unter anderem auch Oliver Massucci mitspielt, der deutsche Schauspieler. Und, äh, ja, da auch es Proteste gab, zum Beispiel auch im Zuge von Venedig, ähm, dass Roman Polanski immer noch Filme macht, die dann auch ausgezeichnet werden bei diesen großen Filmfestspielen. Und online ist es halt jetzt so, dass Mila Kunis und Ashton Kutcher wirklich aufs Härteste teilweise beschimpft werden und angefeindet werden für diesen, äh, ja, für ihre Briefe. Und viele weisen auch drauf hin, ey, Ashton Kutcher ist Gründer von einer, von FORN, das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich gegen Menschenhandel und die sexuelle Ausbeutung von Kindern einsetzt. Und dass er jetzt halt einen wirklich verurteilten, schuldig gesprochenen Vergewaltiger verteidigt, das passt halt gar nicht in das Bild, das die beiden sich ja auch aufbauen wollen. Und jetzt kommt's halt noch dicker. Die beiden haben ein Video online gestellt, in dem sie Stellung beziehen. Und ich dachte, okay, das wird jetzt so ein Entschuldigungsvideo. Und es ist auch nicht lang, es ist so knapp über eine Minute und ich hab's gesehen und ich war wirklich, ich saß da mit offenem Mund und konnte's teilweise nicht fassen. Es hat so richtig, richtig seltsame Vibes. Ähm. Wieso? Die beiden in dem, ach, hast du's gar nicht gesehen, das Video? Ich hab's mir nicht angeguckt. Das ist krass. Die beiden, ähm, ja, also es ist, es ist erstmal keine Entschuldigung. Es ist so eine berühmte Non-Pology. Vor allem, ich wusste auch schon, dass es keine Entschuldigung ist, weil die da nicht mit einer Ukulele sitzen. Ich nehme nichts an, was nicht gesungen ist. Ja, absolut. Ähm, die beiden sagen im Prinzip, also das, wofür die sich entschuldigen, ist, also, das ist so krass. Die sagen, es tut ihnen leid, sie wussten nicht, dass die Briefe auch an die Öffentlichkeit gelangen würden. Sie dachten, nur die Richterin würde diese Briefe sehen. Schwierig. Ja, schwierig. Das ist so, hoppala. Also, das ist, als würde es ihnen dann leid tun, ne? Sondern eher, dass es rausgekommen ist. Genau, denen tut es leid, das ist genau das Ding. Und das wird halt aus dem Video auch klar, denen tut es leid, dass es rausgekommen ist. Nicht, dass sie überhaupt diese Briefe geschrieben haben. Deswegen ist es für mich halt keine, keine echte Entschuldigung. Ähm, zumal da, also, natürlich so, so diese klassischen Sätze, ähm, ja, es tut uns leid, falls wir irgendwie Gefühle verletzt haben, bla, bla, bla. Ähm, die beiden, das ist halt auch so weird, ne? Auf den ersten Blick auch allein schon. Die beiden sehen wirklich so aus, als wären sie grad frisch aufgestanden. Hätten sie auf Record geklickt, haben eine Minute lang gesprochen und stoppt und so das Ding hochgeladen, ohne halt irgendeine Arbeit da rein zu investieren oder sich Gedanken zu machen, was sie sagen. So wirkt's zumindest. Ähm, sie sagen auch, sie hätten die Briefe nur geschrieben, weil Mastersons Familie darum gebeten habe. Und jetzt kommt halt noch ein krasser Aspekt da rein. Ähm, Danny Masterson und seine Familie sind Teil von Scientology. Und auch die Opfer von Danny Masterson sind ebenfalls bei Scientology. Und, ähm, also, die Opfer behaupten ja zum Beispiel auch, dass die Sekte versucht hätte, also Scientology versucht hätte, die Vorfälle zu vertuschen und sie dafür auch bestraft habe, dass sie die Straftaten der Polizei gemeldet haben. Und ich mein, das deckt sich ja auch sehr so mit vielen Aussagen, die Aussteiger und Aussteigerinnen von Scientology ja auch immer wieder sagen. Und auch Lea Remini zum Beispiel, die, äh, Hauptdarstellerin aus King of Queens, die ja auch bei Scientology war, die ja Ähnliches berichtet und ganz, ganz schwere Vorwürfe macht. Dass da sozusagen Schweigegeld bezahlt wurde. Ja, genau. Und, ähm, auch so jemand wie zum Beispiel Giovanni Riebezi, der ja auch Briefe an die Richterin geschrieben hat, um Danny Masterson zu verteidigen. Auch der ist ja Teil von Scientology. Ashton Kutcher und Mila Kunis sind, soweit man das weiß, nicht bei Scientology. Aber so viele Menschen in ihrem Umfeld, viele ihrer Freunde, wie zum Beispiel Danny Masterson, sind halt bei Scientology. Und deswegen wird denen halt immer wieder so eine Nähe zu der Scientology-Kirche oder Sekte, wie auch immer man's nennen möchte, ähm, wird denen halt zugesprochen. Und, ähm, jetzt ist natürlich auch so eine Vermutung, ist diese, dieses, dieses Entschuldigungsvideo und die Briefe ist da vielleicht in irgendeiner Form, war das vielleicht gar nicht freiwillig. Waren sie vielleicht selber, wurden sie erpresst, wurden sie gezwungen? Ähm, weil das ist halt natürlich, das ist jetzt natürlich reine Interpretation von mir, aber das wirkt auch, das hat so einen ganz unangenehmen Vibe, dieses Entschuldigungsvideo. Und es wirkt auch so, als wäre das unter sehr, sehr, sehr viel Druck entstanden. Da weiß ich natürlich, das sag ich gerade explizit, das weiß ich nicht. Das ist nur so ein ganz, ganz persönliches Gefühl von mir, das ich hatte, als ich das geguckt hab. Ähm, aber ich kann nur empfehlen, auch Xenia, guck dir das Video unbedingt mal an. Also, es ist, wie gesagt, knapp eine Minute lang. Ähm, und es ist heftig. Mhm, verstehe. Ja. Ja, ich glaub, bei so Entschuldigungen, ich weiß nicht, wie es in dem Fall ist, aber das hat natürlich auch PR-Gründe vielleicht manchmal, äh, das auf eine gewisse Art und Weise darzustellen. Also, ich kenn das jetzt nur von Entschuldigungen von anderen Stars, die dann in der Notiz-App beim iPhone zum Beispiel erstellt werden, damit es extra so wirkt, als wäre es spontan und käme aufrichtig von Herzen. Da besteckt dann aber ein ganzes PR-Team dahinter, was das zusammen verfasst hat. Und dann in diese Notiz-App kopiert. Also, das, äh, da gibt's dann auch schon so PR-Berater und Beraterinnen, die da mal ausführliche Analysen zugemacht haben. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Aber, klar, ne, in dem Fall kommt ja auch alles auf diese Authentizität an, wenn du diese Entschuldigung zum Beispiel glauben willst. Und wenn dann auch auf der, auf der, also wörtlich zum Beispiel nicht formuliert wird, dass es einem das leid tut, dass man da sich geirrt hat in ihm und so weiter. Das sind ja Sätze, die man dann vielleicht von den beiden hören will in dem Kontext jetzt. Wenn das dann alles nicht drin vorkommt, dann kann ich verstehen, dass man dann auch frustriert ist als vorher. Also, dass man sich denkt, wozu habt ihr dieses Video jetzt gemacht? Um euch aus den Karren aus dem Dreck zu ziehen, habt ihr jetzt nicht geschafft. Ich glaub, ich glaub auch, es wär auch überhaupt kein, ähm, gar kein so großes Thema geworden, wenn die halt einfach ne, also ne echte Entschuldigung, äh, ein echtes Entschuldigungsvideo gemacht hätten. Ich glaub, das wär dann alles gar nicht so, ne, also in Anführungsstrichen gar nicht so schlimm gewesen für die beiden. Aber ja, so hat sich das natürlich jetzt krass aufgeschaukelt. Ja, wie du eben schon gesagt hast, es ist wirklich so einfach so, als ob es ihnen leid tut, dass sie erwischt wurden. Und ich finde generell, wenn man jetzt mal darüber redet, dass dieses, dass ich persönlich finde, dass diese Briefe zu verfassen eigentlich schon total daneben ist. Denn, äh, sie sagen ja, oh, toll, was er eigentlich für ein toller Mensch ist und, 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 dass er eigentlich nur ein richtig, richtig guter Vater und Freund gewesen ist. Ja, und vor allem, dass man auch, äh, ihn ja jetzt nicht seiner Tochter entziehen dürfte und sowas. Genau, dann denke ich aber trotzdem, also du kannst meinetwegen wirklich der beste Freund aller Zeiten sein, aber wenn du eine Person vergewaltigt hast oder sowas, dann, ähm, also, ne, das ist ja trotzdem eine Straftat, die du begangen hast. Da kannst du wirklich der beste Freund aller Zeiten sein. Das, 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 das mindert ja nicht deine Straftat, die du begangen hast. Und ich finde, also, ne, ich meine, wenn, wenn, wenn mal irgendwie über, in meinem Freundeskreis oder sowas dann rauskommt, dann, so kann man dann natürlich irgendwie, hätten die ja sagen können ja auch so, ja, ähm, man hat ihm das nicht angemerkt oder sowas. Also, das ist ja was anderes, als zu behaupten, nee, der ist ja ein guter Mensch. Vor allem dann danach noch sich hinzustellen und zu sagen, ja, eigentlich wollen, wir wollten damit nicht die, äh, die Opfer diskreditieren oder irgendwie, äh, äh, ja, nee, tut ja eigentlich trotzdem damit. Und ja, ich finde es halt auch, also, es ist halt, ähm, wir befinden uns in diesem riesigen Streik in Hollywood und ich würde so gerne wieder so viel mehr über große, geile, spannende Filme sprechen. Ähm, äh, gerade wird die Filmwelt aber vor allem von Themen wie diesen hier, wie diesem hier, äh, dominiert. Und, ähm, ich hab wirklich das Gefühl, das wird auch der, der, das könnte der Karriere der beiden nachhaltig schaden. Denk ich auch. Das, äh, bin sehr gespannt, wie sich das noch, äh, weiterentwickelt. Aber, äh, ja. Naja, ich mein Geld genug hat echt mit Kutscheher mit seinen ganzen Investitionen in Tech-Firmen und alles. Das ist wahr. Also, ja. Das ist wahr. Aber es passiert ja trotzdem eigentlich auch was in der Filmwelt, nämlich die, die Filmfestspiele in Venedig. Richtig, richtig. Ich hab, ich hab ein paar Mini-News mitgebracht. In dem, äh, Sweden-News-Ticker. Nämlich die Filmfestspiele in Venedig, äh, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Und die sind jetzt zu Ende. Und die Gewinnerinnen, die stehen fest. Poor Things von, äh, Jörgis Lantemus. Der, äh, konnte den Goldenen Löwen als bester Film des Festivals abräumen. Und ich glaube, dass das, äh, ziemlich krass werden kann. Ich liebe Jörgis Lantemus. Wirklich. Ich, äh, bin ein großer Fan seiner Filme und bin sehr gespannt auf Poor Things. Ich auch. Also, das wird ja auch wirklich so als das Jahreshighlight jetzt noch so verkauft. Und wir haben ja letzte Woche schon ausführlich über den Film gesprochen. Ich glaube, das wird nochmal wirklich so was komplett Abgefahrenes und Tolles. Also, ich mein, äh, Emma Stone hat ja in The Favourite von ihm schon mitgespielt. Äh, und jetzt halt, hat sie halt die, ähm, die Hauptrolle in Poor Things und bin sehr gespannt. Das Poster sieht geil aus. Der Trailer ist spannend. Jörgis Lantemus ist eh so ein außergewöhnlicher Filmemacher, von dem ich wirklich jeden Film gucke. Ich hab seinen allerersten noch nicht gesehen, aber, äh, ja. Doc Tooth. Genau, Doc Tooth. Aber, äh, ansonsten. Ist noch auf Griechisch. Ja. Ja. Muss ich um den gucken. Äh, unbedingt. Aber man sollte sich auch Priscilla angucken. Denn die Hauptdarstellerin Kayleigh Spaney, die wurde jetzt, äh, für ihre Leistung in Priscilla ausgezeichnet. Und, äh, das männliche Pardon, nämlich, äh, Peter Sarsgaard, der wurde, äh, als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet für den Film Memory, in dem er einen Mann spielt. Film über das Spiel Memory. Ja, exakt. Genau, ja. Das ist von, sehr lustig. Richtig, das ist von den Barbie, äh, von den Leuten, die Barbie gemacht haben. Steht dann da drauf. Nee, aber der spielt dort einen Mann, der an Demenz erkrankt ist. Und, äh, das ist, äh, dann, äh, ich bin gespannt, wie er das rüberbringt. Ähm, ja. Hatten wir schon mit The Father. Genau. Äh, vor ein paar, war das letztes Jahr? Ja, wahrscheinlich, ne? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr, glaube ich. Aber ich finde, ich finde Peter Sarsgaard ist generell immer so, ja, den, der fliegt immer so ein bisschen unterm Radar. Ich finde den auch in The Batman super, äh, ich finde, äh, ich mag den sehr. Ja, gut, bei dem, bei dem, bei der Familie ist es schwer. Nee, Sarsgaard ist tatsächlich, ist es ein anderer. Ich habe auch immer gedacht, dass der Sarsgaard ist, aber nee, Peter Sarsgaard ist, äh, ist ein, glaube ich, US-Amerikaner. Ach, tatsächlich, ist ein US-Amerikanischer. Ich habe aber auch... Hat er ja Wurzeln dann. Ich meine, bei dem doppelten Vokal in seinem Nachnamen ist das wahrscheinlich... Richtig, also vielleicht. Irgendwie ist er der, der Schwippschwager von irgendeinem. Ach, okay. Der wird auch übrigens anders geschrieben. Also mit zwei A hinten statt dem Ohr im Norwegischen. Aber es gibt vielleicht bestimmt eine Verbindung. Irgendwie geht das. Den, äh, aber auch sehr viele da draußen mögen, ist Jimmy Fallon. Und da hat es jetzt auch einen Skandal gegeben. Es gibt Menschen, die Jimmy Fallon... Anscheinend. Ich, ich zähle mich nicht dazu. Auch dich. Aber es ist jetzt da auch wieder was rausgekommen. Nämlich das Magazin Rolling Stone hat mit 14 ehemaligen Mitarbeitenden und zwei aktuellen von der Tonight Show mit Jimmy Fallon gesprochen. Und diese haben in Interviews mit dem Magazin über schlimme Arbeitsumstände geklagt. Es herrsche eine toxische Arbeitsatmosphäre, die vor allem von Jimmy Fallon ausgehe. Seine Ausbrüche haben bei einigen sogar für mentale Probleme gesorgt. Ein Zitat von Personal ist, psychisch befand ich mich am Tiefpunkt meines Lebens. Ich wollte nicht mehr leben. Und ich finde, dass es klingt wirklich furchtbar. Also wenn... Sie erinnert an den Skandal um Ellen DeGeneres, was sie ja auch dann letzten Endes ihre Show gekostet hat. Richtig. Heftig. Also und Ellen DeGeneres macht zwar auch immer noch irgendwie was, also sie ist ja auch nicht komplett weg vom Fenster, aber das hat ihren richtigen Abbruch getan. Und ich habe auch ein Gefühl, dass das vielleicht für Jimmy Fallon so sein könnte. Er hat sich aber jetzt mit seiner gesamten Crew zusammengesetzt und in einem Videocall sein für sich, für sein Verhalten entschuldigt. Wir sind immer mal gespannt, ob das wirklich zu nochmal irgendeiner Veränderung da führt. Das läuft ja auch aktuell nicht wirklich wegen den Streiks. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommen wird. Kommen wir zu einer erfreulicheren Sache, nämlich Taylor Swift. Ja, du bist ein Swifty, Alter. Ich bin überhaupt kein Swifty und ich verstehe diesen ganzen Hype, der so gefühlt im letzten Jahr um sie herum entstanden ist, verstehe ich einfach nicht. Hast du einen Lieblingssong oder so? Dann werde ich mich zu Xenia. Shake it off. Shake it off. Sorry, das ist der einzige, den ich namentlich benennen kann. Okay. Dann drehe ich mich jetzt einfach mal für diese News kurz zu Xenia. Und ich frage mich, was zur Hölle mit der Welt los ist, wann das passiert. Wann das passiert, das ist erst mal so richtig, dass ich das Gefühl habe, dass so ein, nee, Quatsch, das stimmt auch nicht, dass es im ersten Mal passiert, aber das ist so, dass so ein Riesentrend so komplett über meinen Kopf so wusch einfach passiert ist. Ich kann eigentlich empfehlen, vielleicht auch klar, also wenn das dann nicht in der Musikrichtung ist, ist es auch okay, aber die lyrisch ist Taylor Swift wirklich großartig. Also ich muss sagen, genau, also sie hat da wirklich Alben, vor allem, weil sie ja auch den Fokus drauf liegt, auch noch viel selber zu schreiben und so. Ich glaube, da wird sie auch oft unterschätzt, weil ich finde, dass sie wird immer so namentlich genannt, finde ich, auf einem Atemzug mit ganz, ganz vielen so Popsternchen und Divas, die dann auch vielleicht überproduziert sind. Aber das würde ich sagen, mit Taylor Swift ist das noch nicht der Fall. Obwohl man natürlich auch ihre Show und auch ihre Ticketverkäufe aus so einer kapitalismuskrischen Sicht immer kritisieren kann, weil sie natürlich, also das nimmt Ausmaße an und auch die Preise, die Ticketpreise in den USA nimmt Ausmaße an. Naja, aber das ist jetzt ein ganz großes Fass. Danny, was geht es denn dafür noch nicht? Ja, nee, aber wir sind ja selber Opfer davon, weil wir heißen auch nächstes Jahr bei der Taylor Swift Errors Tour in Europa. Auf jeden Fall kommt dieser Konzertfilm zu dieser Errors Tour, die sie aktuell hat, die alle Musik-Ehren, die sie jemals hatte, also alle Alben so abdeckt und dieser Tour-Film, der bricht aktuell komplette Rekorde. Der Film erscheint nämlich im Oktober in den USA und bei der Kinokette AMC wurden nun Tickets im Wert von 26 Millionen US-Dollar vorbestellt und ist damit ein totaler Rekordhalter. Sorry, sie ist 34? Ja. Was denn für Errors? Ja, hä? Sie hat halt so viele Alben bisher gemacht, dass es eben unterschiedliche, eine Ära fängt dann an mit einem Album beziehungsweise hängt mit einem Album zusammen, da gibt es dann eben unterschiedliche Stimmungen, Atmosphären, Ästhetiken und so und das wird dann von den Fans zelebriert. Genau, sie hatte mit Country angefangen, dann ging es so in eine Pop-Richtung, dann hat sie mit Reputation nochmal so eine komplette andere Richtung eingeschlagen. Was heißt andere Richtung? In welche Richtung? Ja, so ein bisschen so, also bei Reputation ging es auch so viel darum, sich so zu beweisen, dass sie nicht nur so ein Pop-Sternchen ist, sondern einfach so sich so durchsetzen kann und es hat, du musst da einsteigen. Also Reputation war, glaube ich, für sie, okay, jetzt geht es so tief in die Taylor Swift-Analyse, aber sie hat sich dann nochmal neu erfunden, da gab es ja auch dieses eine Musikvideo, wo sie dann auch dieses Zitat in dem einen Song hatte, the old Taylor is dead, also die alte Taylor ist gestorben und jetzt ist sie wie der Phönix aus der Asche neu entstanden und hat ein ganz anderes Image bekommen und sie war tougher, sie war nicht mehr dieses Country-Ständchen, sondern sie hatte eben, hat so eine Kampfansage gemacht an alle, die, es gab ja auch diesen, ja, wie nennt man das, berühmt-berüchtigten Kanye West-Beef mit ihr, wo er dann ihr den Grammy-Vars aus der Hand gerissen hat, weil er meinte, Beyoncé verdient ist mehr MTV, ich bin mir nicht mehr genau sicher. Genau, und da wollte sie, glaube ich, so ein bisschen so mal den Fuß, den Fuß auf den Boden stellen und sagen, ich bin Taylor. Bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Ich versuche gerade mit aller Gewalt nicht den Boomer in mir irgendwie rauszulassen. Aber es ist ja auch legitim, man muss ja nichts sagen. Ich bin musikalisch sehr, sehr, sehr Boomer. Die Schmenker sind ja verschieden. Hast du Elvis Presley? Nee, tatsächlich gar nicht. Die Rolling Stones? Du bist ja eher mehr so ... Ich mag ein neues Album rausbringen, das ist schon heftig. Du bist so rockiger, ne? Ja, sehr rockig. Aber ich mag auch den, ich mag tatsächlich den neuen Song von den Stones, irgendwie kann ich dem was abgewinnen. Sau der Ohrwurm. Wie heißt der denn nochmal? Ashley? Weißt du das? Wie heißt denn nochmal der neue Rolling Stones? Ashley Tisdale? Bitte? Ja, Ashley. Die mag ich auch gerne. Ja, Ashley Tisdale, der neue Song von den Stones. Wie hieß der denn nochmal? Dieser ganz neue ... Das neue Album heißt auf jeden Fall Hackney Diamonds. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Und Olivia Rodrigo hat auch ein neues Album rausgegeben. Nicht Ashley. Angry. 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 Wow, angry. Ich hab den aber auch erst ein, zwei Mal gehört. Ähm, ja. Also, ich denk mir halt immer, wenn dann Bands, wirklich so alteingesessene Bands wie Black Sabbath, The Stones, Rush und so weiter, die halt irgendwie 30 Alben haben, die wirklich 17 verschiedene Musikrichtungen durchgemacht haben, die dann auf ihrer Abschiedstournee dann so eine Art Errors-Tour machen, wo sie aus allen verschiedenen Alben, wo wirkt so zwölf verschiedene Musikrichtungen in einem Konzert eigentlich da sind, mit 43 verschiedenen Instrumenten oder was weiß ich. Das ist halt für mich dann so Errors. Und dann, ich weiß noch, wie das so krass durch die Decke ging, als hier Justin Bieber in seinen Konzerten Schlagzeug gespielt hat. Oh mein Gott, er kann auch noch Schlagzeug spielen. Er konnte viel. Er konnte viel. Und ich sitz dann immer da und denk mir immer so, wo bin ich? Wo, was, 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 egal. Ihr merkt schon, mir ist das sehr unangenehm. Nee, ist okay. Lass dann einfach, lass einfach, hast du schon abmoderiert, Länge? Lass einfach es hier wechseln. Nee, nee, nee. Ich hab noch nicht mal mehr angefangen. Ach so, okay, ja. Unser Taylor Swift-Exkurs, der hält leider noch ein bisschen an kurz. Was ist denn jetzt die News? Richtig. So, die News ist, also, nochmal kurz. Dieser Errors-Tour-Film, der kommt jetzt im Oktober in den USA raus und der bricht aktuell wirklich alle Rekorde. Bei der Kinokette AMC, was so die größte Kinokette in den USA ist, hat er jetzt nun, hat er die meisten Vorbestellungen eines Films jemals gehabt. Er hat nämlich Tickets im Wert von 26 Millionen US-Leute wurden da vorbestellt. Der bisherige Rekordhalter war Spider-Man No Way Home mit 10 Millionen US-Leute und weniger. Das ist schon krass. Das ist krass, ja. Also wirklich, dass eine Frau, dass eben so eine Künstlerin das so schafft, finde ich wirklich toll. Vor allem alleine gegen so ein riesiges Franchise, finde ich, ich, also in SMCU, ja. Genau, ich finde das schon toll. Natürlich ist dann jetzt so die Sache, wie läuft das mit Zac Efra ab? Sie hat sich eine Genehmigung tatsächlich abgeholt, dass sie diesen Film releasen kann und man vermutet jetzt, dass sie sich so mit den Gewerkschaften gut halten möchte, denn bald steht ihr Regie-Debüt an. Sie möchte nämlich einen langen Film inszenieren. Sie hat ja schon ihren Kurzfilm zu ihrem Song All Too Well hat sie inszeniert. In Minuten-Version. Genau. Da haben viele Fans auch gesagt, das soll sie bei den Oscars einreichen. Richtig, ja. Aber gut. Da kann man dann auch eine Diskussion starten, aber man geht davon aus, dass dieser Konzertfilm, der jetzt rauskommt, in den USA alleine 400 Millionen US-Dollar einspielen würde, was ein absoluter Rekord für einen einzelnen Konzertfilm wäre. Das würde ja bedeuten, dass der Weltwirt wahrscheinlich dann über eine Milliarde einspielt oder so was oder daran kratzt zumindest. Das ist ja schon heftig. Ich glaube, die Sache ist ja auch, dass wenn du noch nicht in der Welttournee auf ihre Konzerte gegangen bist von der Tour, dann würdest du ja ein bisschen gespoilert werden. Also das sagen jetzt auch viele, dass sie sich das dann eher nicht angucken wollen, bevor sie nicht auf einem Konzert waren zum Beispiel. Ja. Aber gut. So, das ist die wunderbare Welt von Taylor Swift. Kommen wir zu den Starts der Woche. Hat uns doch alle erheitert. Sorry, ich wollte nicht so, ich wollte nicht zu sehr Boomer als Boomer auf. Alles gut, das ging so. Nee, alles gut. Das ist, also Taylor Swift, man braucht auch, ne, also man braucht Freude im Leben. Ich kenne auch viele Freundinnen von mir, die sie auch nicht hören. Also ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht so ein krasses Generation, sondern eher eine Geschmackssache. Ja, ich glaube auch. Total, denke ich. Eine Geschmackssache könnte vielleicht auch Morning Show Staffel 3 sein. Das startet nämlich auf Apple TV Plus. Eine Fortsetzung einer Drama-Serie mit Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup und Mark Duplass in den Hauptrollen. Und in der dritten Staffel kommt auch John Hamm dazu. John Hamm! Krass, ja. Ich finde es sehr, sehr krass. Ich kann einfach mal kurz noch beleuchten, worum es so insgesamt in dieser Serie geht. Habt ihr The Morning Show geguckt? Nein. Ich bin gerade dabei in der ersten Staffel, in der Mitte der ersten Staffel. Okay. Ich finde es bisher ganz gut. Okay. Willst du mal sagen, worum es in der ersten Staffel so ein bisschen geht? Also es geht eigentlich um so einen Morgen-Fernsehsender, also um so eine, ja sowas wie das MoMA oder sowas, das man hier vielleicht in dem Bereich... Das Sat.1-Frühstücksfernsehen. Oder das Sat.1-Frühstückfernsehen. Und ja, Jennifer Aniston spielt da eine Moderatorin, die eigentlich immer mit einem Duo unterwegs war, gemeinsam mit der Figur von Steve Carell. Und die Serie beginnt eigentlich damit, dass er schuldigt wird, sexuellen Missbrauch begangen zu haben. Also es passt eigentlich auch ein bisschen in die bisherigen Themen. Und dann geht es eigentlich um diese ganzen Sachen, die darauf nachfolgen. Also wie geht jetzt der Fernsehsender damit um? Weil ihre Rolle natürlich auch ein bisschen darunter leidet, weil das immer so diese nette Familiengeschichte war. Und die beiden waren so dieses starke Team an vorderster Front und so. Und die erste Folge ist gerade auch so sehr, sehr spannend, weil das dann auch mal aus so einer Inside-Perspektive, wie schnell dann da reagiert werden muss, wenn dann so eine Nachricht zum Beispiel kursiert, beleuchtet wird. Und das ist so ein bisschen, finde ich, so wirkt es jetzt auf mich, die Antwort von MeToo zum Beispiel in serieller Form. Also da wird dann viel auch, es geht viel auch um die Figur Steve Carell, zumindest so, wie ich das jetzt in den ersten paar Folgen so mitbekommen habe, wie er dann damit auch umgeht, wie er sich da auch erst gegen wehrt, dann auch dann ein bisschen eingesteht, sich Fehler begangen zu haben und sowas. Und ich fand, das war auch nicht sehr schwarz-weiß, sondern auch wieder so sehr irgendwie so human beziehungsweise auch so komplex so eine Figur auch zum Beispiel gezeichnet. Also nicht, dass man ihn da direkt nur in diese Täter-Hass-Ecke schieben kann. Und genau, ich habe aber gehört, dass die zweite Staffel ein bisschen Kritik bekommen hat, weil sie sich zieht und so weiter und so fort. Aber ich bin gespannt. Ich werde jetzt auf jeden Fall weitergucken, weil ich wollte jetzt nämlich die dritte Staffel auch anfangen. Also das war ja noch nicht mal so beabsichtigt oder sowas, aber die Themen in diesem Podcast heute. Ja. Ich hatte das auch gar nicht, also ich muss dazu sagen, ich wusste, dass ihr ein bisschen über Morning Show Quatsch, weil ich habe die halt noch gar nicht gesehen und ich wusste auch noch nichts über die Serie. Also ich kannte sie nur vom Namen. Und auch da wusste ich gar nicht, dass es auch um das Thema geht. Hast du die gesehen? Nee, auch nicht. Aber ich schiebe die auch wirklich schon lange von mir her, weil ich liebe Reese Witherspoon. Diese Frau ist wirklich toll. Du bist jetzt erst mal mit Game of Thrones beschäftigt. Ja, ich bin erst mal, genau deswegen habe ich dafür wahrscheinlich keine Zeit. Ich muss aber sagen, Jennifer Aniston ist wirklich herausragend. Also ich hatte niemals gedacht, dass ich nochmal bei Jennifer Aniston jetzt so relativ spät ja auch irgendwie in ihrer Karriere, also will ich jetzt gar nicht sagen. Also sie macht bestimmt nur noch ganz viele Sachen. Aber wirklich nochmal gedacht habe, wow, sie hat da wirklich so eine Varietät in ihrem Schauspiel, die ich dann so selten, glaube ich, bei ihr sehe. Wahrscheinlich, weil sie jetzt auch nicht unbedingt in so Genre-Film unterwegs ist, sondern vielleicht in Komödien in den letzten Jahren. Ja, also finde ich bisher echt großartig. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Okay, ja und in der dritten Staffel verdichten sich diese Konflikte noch weiter und es geht prominent um einen Cyberangriff auf diesen Sender. Was ist Jon Hamm in dieser dritten Staffel? Der ist so ein Berater-mäßigen Typen, was noch nicht so ganz klar ist. Ich habe den Trailer geguckt, aber er hat irgendwie so eine Beraterrolle und er ist auch so ein bisschen shady. Aber das finde ich, weiß ich nicht, ich mag das. Jon Hamm kann das sehr gut. Gut spielen, ja. Richtig, ja. Mad Men. Seid ihr denn so Frühstücks-Fernsehmenschen? Nee. Ich bin generell nicht so ein Fernsehmensch, glaube ich. Ich habe leider kein Fernseh, also ich empfange das bestimmt, aber ich gucke das nicht. Also ich bin zwar ein Morgenmensch, aber wenn ich morgens aufwache, ist das Letzte, was ich will, Menschen zu sehen, die einfach so extrem gut gelauten High Energy sind. Da kriege ich die, also da werde ich... Was? Aber das ist doch hier direkt auch bei uns im Büro. Wir sind auch immer alle morgens richtig gut gelaunt und strahlen uns. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich nicht immer Bock drauf habe. Okay, gut, dann kommen wir. Nee, aber ich bin auch geschädigt, weil, ja, ich muss auch dazu sagen, meine Freundin, die ist damit aufgewachsen irgendwie. Also die hat, also für die ist sowas, das ist früher immer sowas etwas sehr Wichtiges gewesen, so aufzustehen und direkt irgendwie das Frühstücksfernsehen anzumachen. Auch immer speziell ein ganz bestimmtes Programm Frühstücksfernsehen, ich sage jetzt nicht welches. Und dadurch habe ich das zwangsweise so, wirklich so zwei, drei Jahre lang mitmachen. Zum Glück hat sich das so ein bisschen bei ihr, also sie hat dann irgendwann auch keinen Bock mehr. Aber ich habe das so zwei, drei Jahre lang jeden Morgen mitmachen müssen und ich fand das richtig schlimm. Achso, das sagst du gerne. Ich wollte sagen kurz, dass ich auch ein bisschen geschädigt bin, weil ich ja, oh Gott, das ist jetzt so, in Eigeninteresse soll ich das jetzt nicht so aussprechen, aber nicht deswegen nur, aber ich habe mal ein Praktikum beim ZDF gemacht und musste sehr oft so, Beim MoMA? Nicht beim MoMA, aber ich hatte ein bisschen was damit zu tun, weil ich auch so. Es läuft doch auf ARD und ZDF oder nicht, MoMA? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich musste mal sowas schneiden. Wir kennen uns von öffentlich-rechtlichen Rundschunk. Ja, genau. Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht übrigens, das Praktikum. Danke doch mal für die netten Zeugnisse. Nein, genau, das war dann auch eine gewisse Aufgabe, da musste ich mal was schneiden von der Moderatorin oder ging es auch um so Morgenmagazine und das hat mich wirklich ins Grab gebracht, diese Aufgabe. Das ist beides. Okay. Zumindest war damit verbunden, sehr, sehr viel zu sichten von dem Morgenmagazin. Deswegen bin ich da auch geschädigt. Ich kann es verstehen. Entschuldigung, es gibt ein Morgenmagazin von der ARD und ein Morgenmagazin vom ZDF. Nein, aber die laufen doch beide, das ist beides das Gleiche. Ernsthaft? Oh mein Gott. Also das läuft sowohl auf ARD als auch ZDF gleichzeitig. Sieht aber so unterschiedlich aus. Echt? Das Design, das Logo vom MoMA, vom ARD, also was beim Ersten läuft, ist anders als beim ZDF. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass tatsächlich das MoMA auch beim ZDF läuft, oder? Also es ist ja doch immer getrennt. Ich meine, in der Mediathek wird sowieso dann alles ausgespielt. Morgenmagazin von ARD und ZDF. Okay. Hab ich hier. Ja, ähm. Sorry. Das Morgenmagazin, auch unter der Abkürzung MoMA bekannt, ist eine deutsche TV-Sendung, die in den öffentlich-rechtlichen Sendern das Erste der ARD und ZDF ausgestrahlt wird. Okay. Ich hab nichts gesagt. Die Logos sehen wirklich unterschiedlich hier gerade aus. Aber vielleicht sind die auch, vielleicht ist das auch irgendwie komplizierter. Ich glaube, Vielleicht müssen wir mal mehr in das, ich meine, wir sind jetzt schon ins Taylor Swift Cinematic Universe eingestiegen, jetzt müssen wir auch ins MoMA Cinematic Universe. Ja. Elevation Universe. Ich weiß nur, ich hab, also wenn ich bei meinen Großeltern gepennt hab, dann durfte ich morgens immer schon Fernsehen gucken und, äh, ja, schlimm, ne? Das klärt alles. Dann bin ich halt schon um fünf Uhr aufgewacht und so und dann liefen halt aber noch keine Nichts für Kinder und dann hab ich halt als Sechsjähriger das Sat-Eins-Frühstücks-Fernsehen geguckt. Ja. Was super unterhaltsam war. Ja. Ja. Weißt du, was auch super unterhaltsam ist? Ein, äh... Ein deutsches, äh, vielleicht Meisterwerk, wer weiß, ein Film von, äh, Finn Christoph Stroeks und Lena Maygraaf, die, ähm, für das Drehbuch verantwortlich waren. Ähm, ein Film der Produktionsfirma Pantaleon, die von, äh, Matthias Schweighöfer gegründet wurde, unter anderem. Ein Film namens Trauzeugen. Ja. Startet diese Woche in den deutschen Kinos, ist eine deutsche Rom-Com. In den Hauptrollen zu sehen sind Edin Hasanovic, zum Beispiel bekannt aus dem Westen Nichts Neues. Oder aus, äh, bitte, also nicht lachen bei Joko und Klaas. Das ist das einzige, wo ich dir was auch immer filmen habe. Vorher sagst du, der Film bitte nicht lachen. Da gibt's ne Verfilmung von. Und, ähm, die weibliche Hauptrolle verkörpert Almila Bagriacic. Ich hoffe, ich hab den Namen richtig ausgesprochen. Ich bin mir leider nicht sicher. Ähm, es sind aber auch viele namhafte Persönlichkeiten dabei zu sehen in kleineren Rollen. Zum Beispiel Kurt Krömer spielt mit. Oder auch Nilam Farouk oder Iris Berben. Und in einer Szene ist sogar Aurel Merz zu sehen. Und kleiner Funfact, die Hauptdarstellerin Almila, äh, sorry, Almila Bagriacic und Finn Christoph Ströks sind jetzt verlobt und haben ein Kind zusammen. Glückwunsch. Glückwunsch an dieser Stelle. Aber wer war Trauzeuge? Wer war Trauzeuge? Nämlich die beiden, Edi Nazanowitsch und Almila Bagriacic. Da wird auch so ein bisschen, der Film heißt zwar Trauzeugen und wir sind ja im Jahr 2023 und da wird natürlich auch gerne mal über Gender gesprochen. Das wird auch in dem Witz in mehreren Szenen auch quasi scherzhaft auf einer Meta-Ebene ausdiskutiert, dass damit doch das weibliche Geschlecht dann auch mit gemeint ist in dem Wort Trauzeugen. Falls du dich am Anfang an dieses Gerichtsverfahren erinnerst, wo es dann auch irgendwie ums Gendern geht, ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Aber Gerichtsverfahren spielen eine Rolle, denn Edi Nazanowitsch spielt einen Scheidungsanwalt und Almila Bagriacic spielt eine Paartherapeutin. Das ist ja natürlich schon zwei Gegensätze, die sich anziehen. Konflikt mit dem Begriffen. Ein Scheidungsanwalt und eine Paartherapeutin, also jemand, der sich professionell streitet und jemand, die professionell versöhnt. Ja, Treffen aufeinander, beide sind nämlich Trauzeugen für eine kommende Hochzeit ihrer besten Freunde. Deren Hochzeit muss nämlich sogar, also die müssen mehr machen als Trauzeugen das normalerweise tun. Die müssen sogar die gesamte Hochzeit organisieren, weil die Braut hochschwanger ist und der Bräutigam sich das Bein bricht am Anfang des Witzes. Beim Bouldern. Beim Bouldern. Als Einwurf. Die Trendsportart aktuell. Ja, das machen die jungen Leute, habe ich gesagt. So treffen sich die beiden. Er ist karrierebesessen, sehr strukturiert und oberflächlich. Jurist. Und auf Erfolg raus. Naja, also das Klischee, aber es ist wirklich, also der Film spielt ja auch mit diesen Klischees. Jeder deutsche Film spielt mit Klischees. Jeder. Und sie ist das genaue Gegenteil. Sie ist empathisch, chaotisch, kreativ und ja, ganz anders. Und der Film stellt natürlich die Frage, könnten die beiden vielleicht voneinander lernen und ist da vielleicht sogar mehr drin als nur eine Zweckgemeinschaft, um diese Hochzeit zu organisieren? Und ist in dem Film mehr drin einfach? Das wurde ich auch gefragt. Stark. Ich fand den Film erstaunlich schlimm. Mhm. Ich muss sagen, also der kommt wirklich wahnsinnig deutsch daher. Das ärgert mich irgendwie jedes Mal, wenn diese Filme, wenn diese deutschen Filme irgendwie beginnen und die Figuren fangen bereits an zu sprechen und jeder Dialog wird so ganz klar und deutlich ausgesprochen, so als stünde man auf einer Theaterbühne. Das finde ich per se schon extrem schwierig und unnatürlich und das Problem habe ich bei ganz vielen deutschen Filmen. Der Film sieht meiner Meinung nach in vielen Szenen noch nicht mal besonders gut aus, gerade was die Ausleuchtung angeht, die teilweise wirklich, also teilweise es wechselt sich sehr ab. Es gibt sehr schöne Momente, sehr schöne Szenen, also optisch, visuell. Und dann gibt es allerdings auch ganz gezielt, also ein paar Szenen, die ich nicht so schön ausgeleuchtet finde, das ist aber nur so als ganz persönlichen Geschmack. Es gibt Drohnenshots, da haben Xenia und ich uns im Kino auch angeguckt und uns gefragt, was? Wie kann das da reinkommen? Wie kann das passieren und wie kann man das reinstellen? Also die sind wirklich verpixelt und rauschen wirklich heftig. Also es wirkt wie so eine Amateuraufnahme auf YouTube, so ein Video mit 30 Views, auf das man irgendwie gestolpert ist von irgendeiner Natur oder was weiß ich. Die sind wirklich miserabel und das ging so weit, dass ich mich wirklich auch stellenweise gefragt habe, ist das Kino? Ist es eine Vorab-Version oder wie kann das sein, dass wir das gerade sehen in der Presseverführung? Wer weiß, was da passiert ist. Also wenn das die finale Version ist, dann ist es sehr peinlich, finde ich. Entlarvend, ja. Das ja dann auch zeigt, okay, da entweder beim Screening ist das durchgeflutscht. Also das kann aber auch nicht sein, finde ich, weil das ein ganzes Produktionsteam ja auch nochmal durchschaut, am Ende hoffentlich. Das ist nicht nur ein Shot, das sind so vier, fünf. Genau, und es sind auch immer die ähnlichen. Das sind eben so diese Drohnen-Establishing-Shots von dieser, so einer Scheune und so und das ist wirklich aber auch immer nur so ein kleiner Augenblick. Ich glaube, vielleicht entgeht das auch vielleicht einigen oder so. Deswegen merkt man, dass das auch nicht, vielleicht, dass man das nicht merken soll. Also es ist auch ja, ein bisschen unangenehm. Es ist aber auch, ich finde auch die Handlung an sich unangenehm. Ich finde die wahnsinnig formularisch. Es ist natürlich, es ist eine plumpe Rom-Com, die ihren Zweck in erster Linie erfüllen soll. Aber es riecht halt auch überall irgendwie nach Auftragsarbeit, weil diesem Film halt irgendwie jeglicher Funke-Kreativität fehlt, finde ich. Oder den Mut, mal irgendwie auch in der Rom-Com mal was anders zu machen. Stattdessen verlässt sich der Film einfach nur sehr auf seinen Cast und seine überzeichneten Figuren. Und ich meine, die gesamte Handlung besteht eigentlich daraus, dass Edi Nazanowitsch von seinem, also die Figur von Edi Nazanowitsch von ihrem besten Freund emotional erpresst wird. Das ist teilweise, anfangs finde ich das richtig unangenehm. Das sind so mehrere Grenzüberschreitungen, weil Edi Nazanowitsch, das ist auch ein Konflikt in dem Film, steht eigentlich vor dem wichtigsten Fall seiner Karriere, seiner juristischen Karriere und hat nur noch elf Tage dafür Zeit, soll aber auch Ich dachte nur noch elf Tage zu leben. Nee, das wäre spannenderer Film gewesen. Nee, er hat nur elf Tage Zeit für diesen Fall, aber hat auch gleichzeitig soll er innerhalb von zehn Tagen eine ganze Hochzeit auf die Beine stellen, wo wirklich noch sehr viel nicht auf den Beinen steht. Und es wird auch mehrmals thematisiert, ja warum verschiebt ihr die Hochzeit nicht? Also das war den Autoren durchaus bewusst, dass sie das irgendwie beantworten müssen. Warum wird diese Hochzeit nicht einfach verschoben und es wird mehrmals beantwortet, aber nie fand ich die Antwort in irgendeiner Form zufriedenstellend. Ja, definitiv. Ich finde auch so zusätzlich ist es ja auch so, dass Eden Hasanovic diese Rolle, finde ich auch so sehr uncharismatisch, muss ich wirklich sagen. Also ich habe jetzt auch nichts gegen ihn per se als Schauspieler, aber ich finde es, gerade in dieser Rolle ist es so unangenehm, glaube ich. Ich finde auch in diesen Anfangsszenen, tanzt er so durch die Stadt, das ist, finde ich, auch so ein Klischee irgendwie, dass er so beschwingt irgendwie zur Arbeit läuft. Ich finde, das ist aber auch irgendwie keine gute Figurenzeichnung eigentlich so von ihm, also so, er tanzt halt gerne und so. Es geht ja darum, dass er diese Figurenentwicklung durchmacht von diesem karrierebesessenen Anwalt hin zu einem tiefgründigeren Menschen, der, ja. Ja, genau, aber ich finde, das ist so dadurch, dass seine Figur auch, glaube ich, nicht so viel hergibt, weil es eben dieses Klischee ist und so und er aber auch, finde ich, tendenziell eigentlich die ganze Zeit ja von der, seinem Gegenpart so durch den Film getragen wird, so emotional, also er muss eigentlich gar nicht so viel machen am Ende. also er ist so sehr, sehr nicht emotional zugänglich und wird dann halt, glaube ich, von der Frau, also dem Love Interest von ihm, sie erzählt ihm eigentlich alles schon, sie gibt ihm alles auf dem Silbertablett, wie er sich gerade verhalten muss. Das heißt, er muss sich gar nicht so viel ändern. Also ich finde, das war auch so eine sehr, sehr einseitige Darstellung, finde ich, aber das ist eigentlich gar nicht mein Hauptkritikpunkt, weil ich finde auch, dass es so ein Film ist, der allein vom Titel dir eigentlich schon sagt, wie er eigentlich ausgeht und du ab dem ersten Moment, wo die beiden aufeinandertreffen, dass so eine sehr, sehr vorhersehbare Dynamik einfach sich entfaltet, weil du weißt, okay, die beiden, ich will jetzt auch gar nicht so viel verweggreifen, wenn Leute den Film noch sehen wollen, aber es ist so eine sehr klassische Raumkommung. Du weißt dann, die beiden sind hintereinander interessiert aber wollen nicht wirklich und so weiter und das finde ich dann immer sehr schade. Will they, won't they. Will they, won't they. Aber es ist auch halt auch so schwierig, wenn dann sie als Paartherapeutin halt die ganze Zeit über Paartherapie spricht und über wie gesunde Beziehungen ablaufen müssen und so weiter und das ist teilweise auch entlarvend, weil sie sagt zum Beispiel auch in einem Moment den Satz, als sie darüber ihm versucht halt zu erklären, was eine gute Beziehung ausmacht, benutzt sie zum Beispiel auch den Spruch, eine gute Beziehung greift ineinander, deine Interessen werden zu meinen Interessen und da sitzt sie halt auch und denkt mir, Nein, das ist keine gesunde, das ist Dependenz, das ist keine gesunde Beziehung, wenn deine Interessen automatisch zu meinen werden, es geht ja mehr um, dass zwei Individuen irgendwie zusammenfinden und mehr positive als negative Momente haben und dass es halt eine gesunde Mischung gibt aus Unabhängigkeit und Verbundenheit und dass sich das halt die Waage hält und das ist natürlich für jede Beziehung ist das anders gewichtet, aber es geht eben nicht darum, dass man komplett zu einer Figur verschmilzt und ich hatte das Gefühl, dieses Klischee von dieser perfekten Märchen-Hollywood-Liebe zieht sich halt auch durch diesen Film und ich meine, dieses Problem haben viele Rom-Coms von der Stange und das sorgt halt aber auch dafür, dass dieser Film eben nur eine Rom-Com von der Stange ist statt irgendwie ein Film wie Five Hundred Days of Summer oder sowas, also Filme, die da irgendwie ein bisschen klüger sind und kreativer sind und auch mit Klischees brechen, mit Erwartungen brechen, genau, und das macht dieser Film einfach zu keinem Zeitpunkt, ist halt einfach ein weiterer deutscher Film, den ich auch noch zu allem Überdruss extrem unlustig fand. Das ist wirklich, also das ist Boomer, Humor, par excellence. Also eigentlich perfekt für dich. Eigentlich perfekt für mich, aber auch so zum Beispiel Witze, die einfach so wahnsinnig overused sind, bei denen ich mir auch denke, also keine Ahnung, ich fand die zuletzt vor 20 Jahren mit 14 lustig, zum Beispiel, wenn dann die Oma aufsteht und ruft, der Hitler muss weg. Das ist auch so, ja, also. Oder sie irgendwie so sexuelle Sachen macht und man das dann so lustig finden soll, dass so diese Oma, die ja alt ist, also das ist so ganz komisch. Ich finde, Kurt Krömer spielt ja auch eine kleine Rolle, so eine Nebenrolle. Ich finde, der hat es aber auch irgendwie nicht besser gemacht, sondern er hatte auch eine sehr unangenehme Rolle. Also er war irgendwie so ein Spanner, das aber dann erst im Abspann, ja, hast du es nicht mitbekommen, der sollte so eine Art, der sollte ja so ein bisschen so die, unsere weibliche Protagonistin so irgendwie nice finden und dann hat er immer so von hinten so geguckt und am Ende gab es im Outro, im Abspann so eine Art Memo, so nach dem Motto, ja, wir können uns ja mal treffen, bla bla. Und er hat immer so, es gab immer ein, zwei Szenen, wie er so im Hintergrund sie so beobachtet hat und so weiter. Aber ich fand, es war dann zu wenig, als das, also für mich war das jetzt nicht so sinnvoll, wieso seine Figur so war, es hat mir nichts gebracht. Da ging es doch darum, dass seine Scheune aufgeräumt wird. Genau, und er war die ganze Zeit während der Hochzeit, gab es immer so ein, zwei Szenen, wie er dann immer so da steht und so sozusagen, wie heißt sie denn jetzt, oder die Paartherapeutin, also die Rolle von Amira Bagerczyk so beobachtet. Also das fand ich irgendwie so voll ein komisches Element. Er hat sich nämlich dann nicht vorbeigegangen. War er so versteckt? Okay, genau. Er hat immer so über den Zaun geguckt und so und war dann, das war ja auch ein bisschen so der Witz, weil er und seine Frau schon mal therapiert wurden von ihr und sie dann aber sich trotzdem immer noch streiten und ich fand es so ein komisches Element. Aber ich meine, nichtsdestotrotz fand ich auch die Witze auch einfach nicht lustig und tatsächlich auch diese verklärende Darstellung von Therapie schwierig. Ja, total schwierig vor allem auch. Also es ist auch allgemein eh so ein Film, der in so einer Welt spielt, die mir eh zuwider ist, in der Hochzeiten irgendwie sechsstellig kosten und das wichtigste Event im Leben sind und sowas. Aber das gibt es ja jetzt häufig. Also es ist ja vor, es ist ja auch jetzt der neueste Film mit Christoph Maria Herbst, dreht sich auch genau um dieses Thema, nämlich ein Fest fürs Leben. Also es geht auch darum um so eine Hochzeitsgesellschaft und ich frage mich also, was ist los mit den Deutschen und Hochzeiten? Gute Frage, wüsste ich auch gerne. Zumal der Film ja auch wahrscheinlich, wenn er zehn Minuten länger gegangen wäre, sich auch das, okay, das will ich vielleicht nicht spoilern an dieser Stelle, deswegen sage ich nichts, aber das ist so eine dieser Filme, bei denen du dir eigentlich dich über das Ende ärgernst und fragst, sehr gut, komm, zeig mir zehn Minuten mehr und dann ist es halt plötzlich ein ganz anderes Ende. Okay. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Das Einzige, was ich noch irgendwie interessant fand, war wie da so dieses Musical, das nicht das Musical-Film, sondern das musikalische Thema, da gibt es so ein, eine Baseline aus einem sehr berühmten Funk-Song, den ich aber nicht namentlich benennen konnte, weil ich es einfach nicht wusste. Das wird immer wieder Sushi-Same nicht eingemacht während des Spiels? Nee, hab ich nicht. Das wird durch den ganzen Film gezogen und immer wieder mit unterschiedlichen Instrumenten, in unterschiedlichen Stimmungen, in unterschiedlichen Tonlagen und so weiter, immer wieder abgespielt. Das fand ich gar nicht so unkleber, das fand ich irgendwie ganz elegant gelöst. Hattest? Ja. Nee, mach du gerne die Frage. Ich wollte nur einen auch noch, weil ich will den Film ja auch nicht ganz unrecht tun, dass ich fand, dass die Performance von Almira Bagriacic auch fand ich gut und teilweise hatten die beiden auch ein, zwei Momente, wo ich die Dynamik auch okay fand und dann so dachte, ja. Aber es ist halt im Endeffekt wirklich, wenn ich das für mich persönlich irgendwie abspeichern möchte, wäre es einfach eine weitere deutsche Rom-Com von der Stange und es ist eben leider nichts, was irgendwie darüber hinausgeht und mal was Neues bietet oder, ja. Okay. Ja, gut. Aber ist sie denn wirklich so die einzige gute Leistung, Schauspielerich, oder ist es so ... Ich finde das so schwierig, weil manchmal dann auch so diese Figuren so überzeichnet sind. Ich finde von Iris Berben auch sehr, also die ... Chefin von ... Die Chefin, genau, von ihm und deren Fall sie er dann übernehmen muss, der dann so wichtig ist und so weiter. Und ich habe das Gefühl, ich bin da mit keiner Figur richtig warm geworden. Die wirkten für mich eher wie so eine Art, ja, so auf dem Papier, so eine ... Also so eine ... Wo so Drehbuchautoren und Autorinnen so ein bisschen die sich selber ausgedacht haben. Sie wirkten für mich nicht wie so Menschen. Und das finde ich dann immer schwierig, weil das überträgt sich dann natürlich auch auf die Performance. Das ist dann halt total schwer, da dann, glaube ich, Charakter denen zu geben. Aber auch diese, also selbst auch für so ein 0815-Rom-Com, irgendwie wollte bei mir auch der Funke zwischen den beiden nie so hundertprozentig überspringen. Also irgendwie was, was die Chemie zwischen den beiden angeht, die hat für mich einfach nicht stattgefunden. Die war für mich völlig non-existent. Und deswegen, also mein Urteil zu diesem Film ist, mein persönliches Urteil, vernichtend. Rotten. Ein Rotten-Tonatus. Ein definitiv Rotten, ja. Wie ist es denn mit einem weiteren Film, der diese Woche ... seine Runden macht? Genau, also diese Woche startet ebenfalls ein Film, dessen Vorgänger eher Rotten waren, so in meinen Augen. Ja, meinen auch. Nämlich die Reihe um den Detektiv Écule Poirot, der gespielt wurde von Kenneth Branagh und er auch die Filme inszenierte, die beiden Vorgänge, nämlich Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil. Und da sind wir gerade an einem Punkt, den ich unbedingt noch ansprechen möchte. Der erste Teil heißt Mord im Orient Express, der zweite Tod auf dem Nil, der dritte A Haunting in Venice. Warum nennt ihr den nicht? Du hast es gesagt, Senior, gestern, die Heimsuchung von Venedig oder sowas. Das wäre so ein cooler Titel. Ja. Wahrscheinlich zu lang. Genau. Also ich meine, wenn du die beiden Vorgänge übersetzt, dann übersetz doch auch bitte den dritten Teil. Ja. Das ist jetzt ... Bin ich deiner Meinung, ja. Das ist wie im Bücherregal, wenn du so eine Trilogie hast oder sowas und zwei Bücher haben die Größe und das dritte ist irgendwie ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner oder sowas. Oder der Schriftzug ist ... Ist tiefer oder sowas. Oder einfach anders spiegelverkehrt. Oder so, ja. Ich lese nicht, deswegen habe ich das Problem. Okay, kann ich sagen, naja. Worte sind schwer. Ja, das stimmt, ja. Deswegen schauen wir lieber Filme. Haunting in Venice ist jetzt auch wieder so ein Whodunit-Film, aber hat im Gegensatz zu den beiden vorherigen Teilen so noch einen Horror-Mystery-Aspekt drin. Denn Kenneth Branagh, also Écule Poirot, lebt mittlerweile in Venedig, hat sich losgelöst von seinem Detektiv-Dasein, weil er gesagt hat, nee, die Welt ist mir zu grausam genug, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt einfach nur noch hier meinen Ruhestand zelebrieren. Und dann wird er allerdings von einer alten Freundin, die Autorin ist, ja, besucht und die nimmt ihn mit auf eine Party, wo dann eine Seance später stattfindet. Die wird übrigens gespielt von Tina Fey, die ich persönlich sehr mag, aus der Serie 30 Rock zum Beispiel. Ja. Und ja, die ist sehr witzig. Und ja, Comedian kennt man ja auch, SNL, da ist sie ja auch sehr prominent. Das stimmt. Sie nimmt auf jeden Fall den Écule da mit und es kommt halt bei dieser Seance dann zu einem Todesfall und dann muss aufgedeckt werden, wer denn das Ganze begangen hat. Und außerdem wird noch ein Todesfall von einem jungen Mädchen aufgedeckt. Der ist vor der Handlung quasi. Genau, der Jahre zurückliegt. Und Écule Poirot, der hat wieder Blutgeleck, der hat Bock wieder ein bisschen hier aufzudecken. Der hat wieder seinen Schnauzer geschnitten. Richtig. Ganz ehrlich, ist das ein echter Schnauzer? Ich habe oft drauf geguckt. Ich habe auch oft drauf geguckt. Ich habe so geguckt. Wenn es fake ist, ist es sehr gut gefaked. Sehr guter Schnauzer. Ich glaube, der ist echt. Ich glaube auch. Der war im Wasser getungen und alles. Also ich habe da auch sehr intensiv drauf geguckt. Ich war so okay. Vor allem war der hat so zwei Ebenen. Der hat einmal so oben und dann an der Seite. Also wirklich. Toll. Ich finde das so lustig, dass du sagst. Ich war auch so fasziniert von dem Schnurrbart während des Films. Ich habe auch wirklich oft drauf geguckt. Aber das war auch in so sehr vielen Nahaufnahmen. Also ich fand, ich war auch so sehr eingenommen. Weil ich war, wow. Und wie macht er das dann wohl? Dann habe ich eher viel darüber nachgedacht. Ja, ich auch. Ich auch. Das ist ja auch wirklich eine Stärke, dieses Film. Sorry, wolltest du noch was zum Schnauzer sagen? Nee, nee. ich dachte Schnauzer, das ist wirklich toll. Ich wünsche dir einen Bartwuchs und dann würde ich mir den auch machen. Aber wenn es so gute, fakes Schnauzer gibt, dann gibt es Hoffnung. Es gibt Hoffnung für mich. Wenn du in der nächsten Podcast-Fraktion mit einem riesigen Schnauzer hier sitzt, da darf niemand drüber reden. Ja, da danken wir Kenneth Branagh dafür. Ja, man muss auch dazu sagen, also mehr als noch in den beiden Filmen zuvor, also ich glaube, in keinem der Filme war der Fokus so stark auf Kenneth Branagh gelegt. Ich dachte, auf seinen Schnauzer auch. Auf seinen Schnauzer auch. Man sieht ihn aber auch wirklich in vielen Nahaufnahmen. Wobei, warte, sorry, ich muss einmal intervenieren. In Tod auf dem Nil bekommt er eine Backstory, warum er diesen Schnauzer hat. Weil er hat eine Narbe da drunter und deswegen hat er diesen Schnauzer. Das ist also ... Und da ging es ja dann auch viel um ihn. Ja. Okay. So, jetzt fach auf. Ja, aber es ist ja auch, also es ist kein Star-Schaulaufen wie noch in Teil 2 und Teil 1. Also es ist die Stars in diesem Film, also es ist schon ein guter Cast, aber nicht so ein Schaulaufen direkt davor. Und ich war auch sehr froh, dann keine, also Gal Gadot in Tod auf dem Nil ist wirklich, sorry, aber sehr, sehr, sehr schlecht. Meiner Meinung nach. Und ich fand auch allgemein Tod auf dem Nil wahnsinnig schlecht. Von daher konnte es für mich nur bergauf gehen und es ging bergauf. Also man muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht, ich habe früher teilweise diese alten Filme gesehen, teilweise auch mit Peter Ustinov, glaube ich. Und ich bin so ein bisschen mit Agatha Christie Filmen aufgewachsen. Die Bücher habe ich nie gelesen, bin da jetzt aber auch nicht der größte Fan von. Ich finde es schon immer cool, wie so ein sehr verzwickter Fall so sich am Ende fügen, dass alles sehr elegant dann so ineinander greifen. Das kriegt man halt auch hier. Man muss aber auch hier sagen, das ist jetzt im Gegensatz zu anderen Filmen, anderen Whodunits und anderen Kriminalfilmen, kann man das eigentlich kaum entschlüsseln währenddessen. Das ist eigentlich nicht möglich. Und das liegt auch teilweise daran, dass hier teilweise auch Informationen vorenthalten werden und so weiter, die sich dann erst später, aber wie sich das dann später irgendwie zusammen ergibt und zusammenträgt, finde ich das sehr elegant. Ich fand übrigens auch noch ein Funfact. Ich habe dann mal, dieser Film basiert auf einem Buch namens, im Englischen heißt er The Halloween Party, im Deutschen heißt er Die Schneewittchen Party und der spielt gar nicht in Italien und ich habe mir mal die Handlung durchgelesen. Da passiert auch ganz, ganz anderer Kram. Okay, das heißt, das ist eigentlich mal so eine, eigentlich eine Origin-Story. Also eine, keine Origin-Story. Eine Original-Story. Eine Original, ja. Also das ist tatsächlich, also da wurde sehr, sehr viel hinzugedichtet. Okay, aber das spricht ja dann eigentlich für Kenneth Bonner, weil ich auch finde, dass das der beste Teil der Reihe ist bisher. Ich fand Mord im Orient Express nicht schlecht, aber auf jeden Fall langweiliger als diesen hier. Also ich finde, der hatte zum ersten Mal so was Richtiges wie so eine Stimmung, die sich so transportiert hat, finde ich so, in die Zuschauer rein. Also es war so sehr viel so Grusel, Mystery mit Halloween und dann das Setting mit den praktischen Kulissen und so. Das finde ich waren alles so total die Pluspunkte des Films. Und ich hatte auch das Gefühl, dass dieser Film so kreativ war. Egal, was die Einstellungen angeht, aber auch eben, wie du eben schon meintest, mit dem Auflösen dieses Mysteriums, wo ich aber auch, das ist dann aber eine Kritik generell vielleicht an Agatha Christie, dass ich finde, dass, oder die filmischen Umsetzung davon, dass da oft uns zu wenig gegeben wird zu mit Rätseln und dass man dann vielleicht ein bisschen stutzig wird am Ende, weil es dann doch alles so auf den Schlag auf Schlag kommt und ich glaube für mich persönlich in meiner Rezeption manchmal mehr Häppchen hätte, damit ich vielleicht von alleine drauf kommen könnte. Also das ist dann aber auch so eine Gratwanderung, die ist dann auch mega schwer eben umzusetzen. Und ich fand auch, dass der Film gegen Ende, ich weiß nicht, wie es ihr seht, vielleicht dann auch ein bisschen noch mal zu sehr auf die Tube gedrückt hat, gerade visuell, wie da ein, zwei Szenen umgesetzt waren. Aber alles in allem, finde ich, ist das sehenswert für alle, die da vielleicht so eine Herbststimmung sind und so einen spannenden Mysteries. Eine Halloween-Stimmung. Genau, ja. Und ich glaube auch, dass, also was auch, ich glaube, sie haben viel aus der Tod auf dem Nil gelernt, weil der Tod auf dem Nil auch teilweise ein CGI-Massaker war. Er ist ja fast ausschließlich vor Greenscreen gedreht worden. Und das merkt man auch und ich finde den auch ausgesprochen hässlich, den Film. Und dieser Film ist das genaue Gegenteil. Also Haunting and Venice ist in Venedig gedreht worden an Originalschauplätzen und Originalschauplätzen und das merkt man und das spürt man und das tut dem Film unheimlich gut. Die Bilder sind richtig schön teilweise. Ja, wirklich. Also das ist, also das ist eine, finde ich auf jeden Fall, man kann schon sagen, ich finde, das ist einer der schönsten Filme so visuell des Jahres. Also der ist, der hat wirklich echt richtig tolle Einstellungen. Ich finde vor allem in der ersten Hälfte ist der so richtig stark. Ja, ich auch. Weil der so wirklich eine Atmosphäre aufbaut, der lässt sich auch Anfangs Zeit und rusht dann alles so hinten her, so ein bisschen, finde ich, zu viel durch und dann verliert er sich auch so ein bisschen, zieht sich sogar, obwohl der nur 107 Minuten lang ist und ist damals auch der kürzeste Teil der Reihe. Aber ich finde es, ich fand, ich war wirklich positiv überreicht. Ich auch. Ich habe nicht gedacht, dass der mich irgendwann mal so abholt. Bei mir lag das auch, dass der Film mit sehr, sehr viel, also irgendwie 50 Meter hinter der Startlinie beginnen musste, weil ich eben der Tod auf dem Nil so schlimm fand und deswegen musste der Film, aber das hat er geschafft. Also ich war trotzdem dann sehr angetan. Ich war jetzt nicht begeistert in irgendeiner Form. Also es muss schon eine Menge passieren, dass ich von einer Verfilmung eines Agatha Christie Romans wirklich begeistert bin. Es hat so eine Sameness, sagt man ja. Es fühlt sich alles so zu vertraut vielleicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist dann auch ein Genre, also das ist so, man kann sich schlecht von diesen Genre-Rahmen, Genre-Rahmen oder Konventionen befreien. Ich weiß nicht. Aber ich fand auch allein diese venezianischen Masken, die haben mich an ein, zwei Stellen gekriegt und klar, er greift auch manchmal auf so Jumpscares zurück, wo ich dann auch ein, zwei Mal so war, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen billig, aber er funktioniert. Also er benutzt es jetzt nicht zu doll. Es gibt ja auch so einen durchaus interessanten Grundkonflikt. Er kühlt Poirot als dieser rationale, stets nüchterne und wissenschaftliche und wissenschaftliche Detektiv gegen dieses Mysteriöse in der Handlung und Mystische. Also da wird ja wirklich auch von Geistern gesprochen und es geht um Seancen und das Übernatürliche und das Leben nach dem Tod und sowas. Und das sind schon interessante Konflikte, die da aufgemacht werden. Michelio spielt ja auch mit. Ja, genau. Und die ist auch sehr überzeugend. Ich dachte übernatürlich. Sie ist auch übernatürlich gut. Sie ist übernatürlich gut, ja. Und Jamie Dorn spielt auch noch mit. Also es sind schon ein paar Leute da. Wo du gesagt hast, dass dich niemals eine Agatha Christie für Filmung abholen wird. Ich hab da was. Ich glaube, ich hab eine Empfehlung, die dich abholen wird. Ja. Nämlich See How They Run mit Saoirse Ronan und Sam Rockwell. Es geht bedingt um Agatha Christie. Es geht nämlich um darum, dass das Theaterstück, die Mausefalle von Agatha Christie in einer Aufführung also soll stattfinden. Und bei dieser Aufführung stirbt eine Person und also bei den Proben und dann muss Saoirse Ronan mit Sam Rockwell ermitteln, wer denn da der Täter gewesen ist. Das ist ein Meta. Der Film ist wirklich super Meta, hat so Wes Anderson Vibes und der ist wirklich gut. Kann ich's empfehlen. See How They Run. See How They Run. Der ist letztes Jahr rausgekommen. Und eine Sache wollte ich noch sagen zur Haunting in Venice. Was ich witzig fand, ist, wie der Brite Kenneth Branagh diesen belgischen Detektiv spielt in Italien, der in seinem französischen Dialektakzent dann aber auch italienische Wörter wie Palazzo und sowas benutzt. Ja, fand ich irgendwie witzig. Ja, es ist wirklich hier Europa, jedes Land wird abgelaufen. Ja, allerdings. Richtig. Nee, aber trotzdem, also kein Meisterwerk, aber wir waren durchaus angetan von Haunting in Venice. Kann man sich mal geben. Vor allem, gerade in dieser Streikzeit, wo alle großen Filme, namhaften Filme, ja irgendwie verschoben werden, wie Poor Things und Dune 2 und so. Da kann man sich, ist das eine willkommene Abwechslung. Das ist auf jeden Fall einer der größten Filme, den es halt jetzt so noch erwartet. Ja, leider. Deswegen, ja, wir, sind damit zu einem Ende gekommen und ich möchte euch noch das Video von unseren ZDF-KollegInnen diesmal empfehlen, ja, die, die auch das MoMA machen, genau, nämlich von dem Kanal Unbubble mit dem Video True Crime, die Faszination für Verbrechen ist einfach in uns drin und das passt auch sehr gut zu Haunting in Venice und ansonsten würden wir noch das Video und allen anderen Themen, die wir heute besprochen haben. es ist wirklich, es ist sehr alles in sich greifend und ansonsten würden wir noch das Special von Jonas. Beziehung. Ja, exakt, genau. Ich habe es sogar so gemacht, Xenia, mit den Händen. Weil Therapie geht um Versöhnen. und du musst all meine Interessen teilen, deswegen, genau, musst du Taylor Swift lieben. Ja, so nämlich. Seid ihr ein Liebespaar. Und schaut euch auch noch das Video von Jonas über Thrawn an, wer der denn eigentlich ist und alles und das war es von uns. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.